Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wir sind der letzte Schrei. Ja, das war eine ganz, ganz schlechte Intro und Einmoderation, aber es geht nicht anders. Denn wir reden heute über die ersten fünf Teile, nein, nicht von Fast & Furious, keine Angst. Wir reden über die Scream-Reihe. Natürlich ist unser Anlass klar, demnächst kommt der sechste Teil raus, auf den wir uns auch schon wie Bolle freuen, glaube ich zumindest. Wir, das bin ich nicht alleine, das ist unter anderem die Theresia, hallo. Hi. Und der Killer aus Teil 1, Stu. Also wir reden jetzt wirklich nicht über Fast & Furious, das ist jetzt ärgerlich. Ich bin erst sehr enttäuscht. Sorry, Familienmeeting erst im Mai. Ach, okay. Okay, gut, dann, naja, das war's. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ganz kurz vorweg natürlich, wer sich diesen Podcast anhört, der sollte natürlich davon ausgehen, dass wir über die ersten fünf Teile ausführlichst reden und dementsprechend auch spoilern. Das heißt, wer also mit der Scream-Reihe noch gar nicht irgendwie warm geworden ist, aber jetzt mal sagt, so ey, da kommt ein sechster Teil, ich gucke jetzt mal noch schnell alle fünf Teile, bitte nicht spoilern. Da seid ihr hier leider an der falschen Adresse, da müsst ihr den Podcast jetzt erstmal ausmachen, die ersten fünf Teile gucken und dann dürft ihr gerne wiederkommen. Deswegen nochmal, wir spoilern wirklich hier über alle Teile, wir spoilern, wer stirbt, wir spoilern zudem, wer der Killer ist oder die Killer. Also macht jetzt aus. Und ansonsten dürft ihr gerne bei uns bleiben. Theresia, fangen wir mal mit einer ganz leichten und schnellen Fragerunde an. Lieber Haddonfield oder lieber Woodsboro? Äh, Woodsboro. Ist du? Ja. Das ist natürlich eine... Haddonfield oder Woodsboro? Das ist eine fiese Frage, natürlich. Ein Hup. Für cineasten, weil Haddonfield, wir wissen natürlich Halloween, aber ich muss da nicht lang überlegen, Woodsboro. Sehr schön. Zweite Fragerunde, dies machst du zuerst. Lieber noch eine neue Trilogie, die dann mit Teil sieben, wenn ich richtig zähle, abgeschlossen werden würde. Oder lieber ein Prequel zur Scream-Reihe? Ich glaube dann lieber eine Fortsetzung oder eine Trilogie als ein Prequel. Ich glaube, ich brauche kein Prequel. Andererseits, die jungen Jahre des Tumaka, hat auch was, aber nein. Dann doch lieber eine Trilogie. Theresia? Ja, da kann ich mir jetzt auch noch anschließen. Also lieber hätte ich dann halt wirklich da auch so eine Trilogie und dann noch einen schönen siebten Teil, der das abrundet, als jetzt nochmal was Neues. Und eine letzte schnelle Frage. Theresia, Gail Weathers oder Sydney Campbell? Ich meine, ich bin für Sydney. Also ganz ehrlich, was die arme Frau alles durchmachen musste, ich bin für Sydney. Darf ich kurz klugscheißen? Aber sie heißt nicht Sydney Campbell, sie heißt Sydney Prescott. Prescott, natürlich. Neff Campbell. Oder Neff Campbell. Du hast nicht klug geschissen. Du hast nicht klug geschissen. Wir schneiden das. Das lässt du schön drin. Sydney Campbell. Wer ist denn Sydney Campbell? Ist das nicht so ein Model? Nee, ist Naomi Campbell. Na egal. Ich glaube auch, dass ihr Spoof-Pardon in Scary Movie heißt Cindy Campbell. Das könnte vielleicht auch daher kommen. Neve Campbell und dann... Na egal, aber auf jeden Fall bin ich ganz klar auch Team Sydney. Kein Herz für Gail? Doch, doch. Aber Gail ist halt Gail. Die ist, also von den drei Urgesteinen ist es tatsächlich die Figur, die mir am wenigsten bedeutet. Oh. Das klingt hart, aber kann ich einem nur zustimmen. Also stimmt schon. Also da waren mir immer Sydney und Dui mehr ans Herz gewachsen. Ach Dui. Ja. Ja. Ja, ja. Ich kann euch ein bisschen verstehen. Ich finde Gail aber irgendwie von den dreien, die ist so konsequent sie selbst. Also die hat natürlich dann im vierten Teil so ihren Hausfrauen, ich schreibe jetzt was fiktives Touch und das ist so ein bisschen das, aber da merkt man halt auch, sie kann halt nicht aus ihrer Haut raus und deswegen habe ich ein sehr, sehr, also ein vielleicht sogar kleinen Tick größeres Herz für Gail. Ähm, bin gespannt. Die hat halt immer so diese Reporter-Serie, die kriegst du nicht aus ihr raus. Also sei es jetzt, dass die dann irgendwie recherchiert oder halt dann die Erlebnisse verarbeitet, indem sie ein Buch schreibt, das dann wiederum verfilmt wird. Also man muss halt, ja, wenn ich sage, dass sie da ehrgeizig ist, aber ja, sie hat da schon irgendwie so ein Fable für das. Und ich finde, sie nimmt ein bisschen vorweg, was so Journalisten heutzutage sich auch rausnehmen in Sachen, wann hauen wir was raus und so weiter. Und die ist ja so kaltblütig, zumindest manchmal dargestellt, da ist dann immer so eine leichte Brechung, so gegen Ende des Films hat man das Gefühl, dass sie so ein bisschen aus ihrer Haut herauskommt. Aber ich mag das sehr, wie hartnäckig sie ist und dass sie auch sagt, ich bin Gay Weathers und ich finde das jetzt hier raus. Und das kennen wir sonst so, glaube ich, von den drei Fragezeichen oder von Carla Kolumner bei Benjamin Blümchen, diesen investigativen Journalismus. Ist Benjamin Blümchen wirklich der Killer? Carla Kolumner neckt auf. Super. Hallo. Was kriegst du auch mit Otto? Hallo Otto. Was ist dein Lieblings-Hacherfilm? Die letzte Benjamin Blümchen-Realverfilmung. Die war wirklich furchtbar. Das stimmt. Ja, Neustadt ist es, neue Woodsboro. So ist es. Apropos Woodsboro. Das ist ja einer von vielen Horrororten. Crystal Lake, das von mir angesprochene Heddenfield. Aber sag mal, Theresia, wie bist denn du eigentlich abseits von der Scream-Reihe so im Horror-Genre beheimatet? Ist das ein Genre, bei dem du sagst, ja, gucke ich gerne viel? Oder eher so wie andere, unter anderem ich, die sich nur die, in Anführungsstrichen, Rosinen rauspicken und sagen, gute Horrorfilme gerne, schlechte können mir gestohlen bleiben? Ja, ich bin auch eher dann so auf deiner Wellen denke. Also Scream ist da wirklich so eine Ausnahme. Also ich bin nicht der große Horror-Fan-Gucker. Also ich habe jetzt nicht einmal nichts dagegen, wenn es einmal auch in Actionfilmen irgendwie ein bisschen blutiger ist. Aber wenn es einfach nur noch irgendwie gemetzelt ist, kann ich damit nichts anfangen. Also ich schaue dann wirklich gute oder spannende Horrorfilme an, aber muss jetzt, bei vielen glaube ich, bin ich nicht zu Hause. Wie ist es beim lieben Herrn Mörser? Mörser? Marker heißt der. Marker. Heute habe ich es aber mit dem Namen, ist super. Ja, ich sehe schwarz für den restlichen Podcast heute, aber egal, ziehen wir es durch. Nee, ich bin auch, ich werde mich nicht als großen Horror-Experten oder Fan bezeichnen. Das ist wie bei fast jedem Genre, ich gucke mir das gerne an, wenn es mir halt gefällt. Also ich habe kein Problem mehr, ich glaube, durch schlechte Horrorgrutzen zu kämpfen. Aber das Problem, in Anführungszeichen Problem beim Horror-Genre ist halt, da ist die Fallhöhe gefühlt immer riesengroß. Du hast halt wirklich so Highlights wie Scream oder auch so Horrorfilme wie Midsummer oder Rosemary's Baby und gegenüber hast du dann wirklich so, ja, so Schund, so FSK 18, Direct-to-DVD-Schund. Deswegen ist Horror, also wirklich Horror-Liebhaber zu sein, ist, glaube ich, mit einer der schwersten Jobs, die es gibt. Und diese Verantwortung, die möchte ich nicht so gerne eingehen. Deswegen würde ich mich eher so als Semi-Horror-Fan bezeichnen. Was fasziniert denn dich am meisten an der Scream-Reihe? Was macht sie für dich so einzigartig? Zum einen ist es natürlich nostalgisch befleckt, weil den ersten Teil habe ich zu einer Zeit gesehen, da war ich einfach genau in dem richtigen Alter. Denn diese Figuren, die da halt eben um ihr Leben kämpfen oder halt töten, waren halt auch so in dem Alter wie ich damals. Es war so eine Art Teenager-Film von uns, so eine Art Gruppenfilm. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den ersten Scream damals mit Freunden auf VHS-Kasette noch geguckt habe. Dann bin ich ja allgemein jemand, der dem Thema Film sehr verfallen ist. Und da merkt man schon relativ schnell, dass die Scream-Reihe ja durchaus eine vorhandene Meta-Ebene hat. Und diese, wie ich finde, sehr gut bedient. Besser als andere Meta-Filme. Und dazu, das darf man auch nicht vergessen, das wird oft von den Teppich gekehrt, sind die Filme auch sehr gut gemacht und teilweise hochgradig sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem die ersten beiden halte ich für spannungstechnisch immer noch ziemliche Perlen. Ich kann viel von dem folgen, was du sagst. Wie ist es bei dir, Theresia? Was ist für dich der unique selling point von Scream oder der Scream-Reihe? Ja, bei mir schon. Es hat auch nicht so einen direkten nostalgischen Punkt wie bei Stu, weil ich glaube, die Filme erst alle im Nachgang irgendwann einmal zu Hause auf DVD oder irgendwann einmal im Fernsehen angeschaut. Also im Kino wirklich habe ich jetzt nur letztes Jahr den Teil 5 angeschaut. Aber trotzdem ist es so eine Reihe, die halt rauskam oder die angefangen hat, als ich eben auch Teenager gewesen bin. Also da kann ich Stu schon mit zustimmen. Und es ist halt trotzdem einmal noch, es ist spannend und du bist ja dann trotzdem so gefangen davon und vielleicht auch in diesem Miträtseln und Mitfiebern, wer ist denn jetzt nun der Killer und wieso und weshalb und warum. Ja, das ist ein Aspekt, den hätte ich jetzt auch genannt. Also zum einen ist es bei mir dieses Slasher wie Michael Myers Halloween-Reihe oder auch Jason oder Freddy. Das ist alles nicht so ganz so meins, weil das hat immer diesen leicht übernatürlichen, unkaputtbaren Faktor. Und bei Scream fand ich es von Anfang an von der Ausgangssituation sehr, sehr cool, dass es halt ein menschlicher Killer ist, den man auch dann, wie man es zumindest in den jeweiligen Showdowns der Teile mitbekommt, und dass man den auch wirklich bekämpfen kann, dass man den auch zur Strecke bringen kann, dass das kein unkaputtbarer, super Übermensch gewesen ist. Und dann ist natürlich, ich finde diese Maske, ich kann mich damals noch an das Kinoplakat erinnern, das stand dann immer bei uns im, wir hatten früher in meinem Ort nur drei Kinos, davon war ein Multiplex mit, haltet euch fest, vier Seelen und ja, krass, ne? Und der andere oder die zwei anderen waren einmal so ein bisschen weiter ab vom Schuss, da wurde auch gerne mal ein Film einfach nicht gezeigt, wenn zu wenige Leute da waren. Das wurde dann gesagt, nö, heute fällt aus. Und da befand sich dieses wirklich sehr, sehr coole Screenplakat und das habe ich dann irgendwann, das war immer sehr geil, da konnte man dann für ein Euro so nach ein paar Wochen, konnte man die dann mitnehmen. Oh, das ist cool, ja. Ja, das war schon ziemlich Porno. Und ich finde die Maske nach wie vor, wenn ich die sehe, bekomme ich nicht einen Schauder, aber es hat so ein wohliges Gruseln, was es in mir auslöst. Du hast sofort die Bilder von den Filmen im Kopf, dann denkst du an die Szene aus Teil 1, dann die aus Teil 3, also du hast ja sofort eine Verbindung damit. Ja, und ich finde es so spannend, wir sind ja keine Trivia-Show hier, aber die Maske wohl tatsächlich am Anfang so gar nicht ankam bei den Produzenten, die also sagten, was ist das denn? Und das finde ich, wenn ich bei Scream was brauche, dann sind es neben anderen Tropen, es ist auf jeden Fall diese Maske. Ich glaube, das ist auch der Grund, da wollte ich euch nachher nochmal fragen, vielleicht ziehe ich die Frage einfach vor, ich glaube, das ist der Grund, warum diese Scream-Serie mich eigentlich nie interessiert hat. Habt ihr die eigentlich gesehen, Theresia? Kennst du diese Scream-Serie? Ich glaube, die hat drei Staffeln. Nee, hab ich nicht gesehen. Wie ist es bei dir, ist du? Ich hab die erste Staffel gesehen, war ähnlich wie bei dir auch so, wo ich dachte, das ist doch nicht, was soll das sein? Und habe auch keine guten Erinnerungen an die erste Staffel und ich habe, wie gesagt, auch nicht weiter geguckt, das sagt, glaube ich, alles. Ja, ich glaube, ich habe anderthalb Folgen geguckt, dann war mir das, das war nicht so meins. Ich bin immer noch dabei zu überlegen, ob so Slasher-Formate als Serien funktionieren. Habe mich, glaube ich, bisher dagegen entschieden, weil ich noch nichts Gutes da gesehen habe. Ja, als Jerry stehe ich es mir halt echt irgendwie schwierig vor. Ja, du brauchst halt immer diesen Aufbau, dass du am Ende auf so eine Klimax-Cliffhanger hinausläufst und nochmal hinausläufst und irgendwie funktioniert das für mich bei sowas nicht. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach versucht, es gab doch mal in den 90ern, glaube ich, dieses Harpers Island, das hat mich nicht so interessiert. Dann, ich weiß, was du letztens nochmal getan hast, wurde als Serie gemacht, das wurde auch nach einer Staffel eingestellt. Das ist, ja, das ist, also für mich gehört Scream oder solche Arten der Horrorunterhaltung ist für mich auch ganz klar für Filme besser geeignet als für eine Serie. Ja. Ja, das glaube ich auch. Also es ist schwierig, es ist das Level eben auf die lange Laufzeit irgendwie zu halten. Ja, wobei Laufzeiten, da sind wir bei der Scream-Reihe, finde ich, für Horrorfilme schon fast immer an der Zwei-Stunden-Marke und trotzdem bekommst, finde ich, fast alle Teile, bei allem würde ich eine leichte Ausnahme machen, bekommst alle Teile hin, dass man nicht vom Pacing her zu träge wird und dass es langweilig wird. Und, ähm, das ist schon, schon eine Herausforderung, weil du ja relativ, relativ früh zumindest in den Teilen immer den Reveal hast, also wo dieser Whodunit-Part so aufgelöst wird. Und danach musst du natürlich gucken, dass du es ein bisschen, dass du ein bisschen bei der Stange die Zuschauer hältst und das gelingt meistens recht gut, wie gesagt, bis auf, bis auf eine Ausnahme. Was meint ihr, sollen wir mal in die einzelne Teile so ein bisschen reingrätschen und mal gucken, was wir da so herauslernen und, äh, was ihr so an Aspekten habt, die ihr unbedingt für positiv oder anmerkenswert findet? Ja, unbedingt. Cool. Tauch mal ein, fangen wir an. Dann packen wir es. Fangen wir mal an mit Scream. Ich habe das ein bisschen überschrieben mit der Frage, das unerreichte Original steht bei einer IMDb von 7,4, hat eine Letterbox-Wertung von 4,1 und ist damit auch Top of the Pop sozusagen. Ist also der Teil, der im sogenannten Kritiker-Echo wirklich am besten bisher weggekommen ist. Von dem Inhalt her fasse ich nur ganz kurz zusammen. Ähm, es geht ins beschauliche Woodsboro und da geschieht das Unfassbare. Da sind zwei Teenager, Steve und Casey, die werden von einem maskierten Killer umgebracht und die Mitschülerin Sidney Prescott, deren Mutter ist ein Jahr zuvor ermordet worden und die geht dann, gerät dann kurz darauf in dieses Visier dieses Killers. Ja, und dann hat sie einen Freund, Billy Loomis und die Clique um Tatum, Stewie und Randy, die versuchen diese, ja, doch irgendwie latent traumatisierte Sidney aufzufangen und Wem kann sie eigentlich trauen? Das ist nicht so ganz sicher und währenddessen ist dann noch die Sensationsreporterin Gay Weathers, Courtney Cox, gespielt. Die wittert natürlich ihre heiße Story. Wir hatten ja schon mal vor knapp einem Jahr einen Cast zu Scream 5 und haben so ein bisschen schon die Erstberührung mit Scream diskutiert, deswegen werde ich an dieser Stelle darauf verzichten. Aber, Theresa, sag mal so, was ist dein, sag mal mal, was ist Scream für dich, wenn du an das Original denkst? Ist es der bisher beste Teil für dich und ist das unerreicht oder sagst du, nee, also das hat so den Anfang genommen, da waren noch so weitere Möglichkeiten, die dann im Laufe der Reihe ausgebaut wurden, gerade so auf dem Bereich Meta-Ebene? Nee, ich muss sagen, also, wenn ich jetzt wirklich so Teil 1 bis 4 durchgehe, dann ist bei mir wirklich Scream 1 schon wirklich an oberster Stelle, weil der hat das Ganze irgendwie etabliert, du lernst die Charaktere, ich finde den immer noch sehr spannend, auch dann die Auflösung, wer dann eben der oder die Killer sind. Und ich fand jetzt die anderen nicht schlecht, aber wirklich dann so auf zweiter Stufe kommt dann für mich wirklich schon der Teil 5, ich fand den letztes Jahr wirklich überragend gut. Hm, ich kann das komplett nachvollziehen, also, ich bin da, bin da nicht weit weg von dir. Du, wie ist das bei dir, also, ich hab ja, ist es für dich nicht erreichbar, dieses Original, also auch von keinem der nächsten Teile oder, oder was, wie ist deine, deine Haltung zu Scream? Also, der erste Teil steht bei mir schon ganz klar an der Spitze der Nahrungskette, sag ich mal, und ich mag auch den zweiten sehr gerne, der kommt dahinter, und dann kommt für mich der fünfte, aber der erste, der hat ja dieses, er macht der erste, und er hat da so viele Sachen drin, die er schon so perfekt macht, nicht nur die Meta-Sachen, was ich zum Beispiel echt liebe, ist, der Film fängt direkt mit dem Telefonat an, sofort. Ja. Und, ähm, das ist ja auch sowas, was, was sie in den nächsten Teilen auch immer beibehalten, es geht eigentlich sofort los, ähm, und welche Szene ich jedes Mal liebe, ist, ähm, wenn sich dieses Gespräch entspinnt, und der Killer dann, äh, dann irgendwann sagt, so, weil ich, also, dann fragt Casey Becker, warum willst du das wissen? Und er sagt so nebenbei, so, weil ich wissen will, wem ich gerade zuschaue. Und wenn du das das erste Mal siehst, dann merkst du plötzlich so, oh fuck, dann dreht sich irgendwas, ja, weil dieses Gespräch ja davor sehr, als hätte eine Komödie sein können. Die ersten drei, vier Minuten von Scream kannst du als Komödie verkaufen. Sagst du einfach, da ist ein Typ, der ruft so an, sie werden beste Freundin, bla bla bla. Und dann dreht sich das aber so. Und gleichzeitig erhöht das dann auch den Druck. Und dann diese, dieser, ich nenne es mal, dieser Exzess, der dann folgt. Großartig. Und weil es eben auch das erste Mal war, und da auch schon so wirklich fast in Perfektion umgesetzt wurde, ist es einfach sehr schwierig, da ranzukommen. Deswegen habe ich auch von keinem der weiteren Scream-Teile die Erwartung, dass er den ersten Teil überholen soll, oder genauso gut sein soll. Es reicht mir schon, wenn sie nah rankommen. Und ich muss sagen, der zweite und auch der fünfte kommen für mich da doch sehr nah dran. Aber der erste bleibt für mich unerreicht. Um es realistisch zu sagen, ich glaube auch kaum, dass Scream 6 oder 7 oder 8 es jemals schaffen werden, den ersten zu überholen. Weil es, ich glaube, es ist so möglich. Ich bin mir auch nicht sicher, weil ich bin das ja eben nicht so der Horror-Expert. Aber es ist halt wirklich eben auch einer der wenigen Filme, wo es halt eben so nach ein paar Minuten, bist du halt schon written in dieser Action drin, in dieser Spannung, in dieser Fluchtszene, wo du denkst, ja okay, normalerweise bauen sich ja Filme immer so auf und es kommt erst viel später eventuell so das Geheimnis oder der Horror mit dazu. Aber hier ist es halt sofort da. Und er hat ja auch gleichsam was sehr Lustiges, aber auch was sehr Perfides. Also dieser Ghostface und natürlich in jedem Teil sind es andere Leute, die Ghostface sind. Aber irgendwie ist es für mich immer, wenn die Maske halt ist, ist es Ghostface. Und der ist halt sehr clumsy. Der stolpert schon mal, der bekommt auch mal was gegen das Gesicht. Und ganz ehrlich, wenn es ein realistischer Film wäre, dann würde man sofort erkennen, wer der Killer ist, weil der wäre grün und blau. Aber gut, sei es drum. Und gleichsam ist er aber auch total gnadenlos. Ja, und spielt auch mit seinen Opfern. Das sieht man auch sehr schön im ersten Teil. Wenn er ihr halt noch eine Chance gibt, aber es tut mir leid, Steve ist leider ausgeschieden, ja. Oder er ihr diese Frage gibt so, hinter welcher Tür stehe ich? Vor da oder hinter Tür? Und wenn man dann am Ende weiß, es waren aber zwei Killer, was ja auch gar nicht mal so unklappbar war für damalige Verhältnisse, macht das das Ganze dann noch fieser. Weil im Prinzip hast du halt überhaupt keine Überlebenschance. Ja. Ich finde auch, dass, also die Eingangssequenz, die ist halt schon für mich legendär. Deswegen ist sie dann ja auch ab und zu mal kopiert worden. Unter anderem ja sowieso vom eigenen Franchise. Bei Scary Movie wird das natürlich sehr aufs Korn genommen, das ist klar. Aber du hast es schon richtig gesagt. Das geht halt sofort in die Vollen. Und dann hast du mit Drew Barrymore einen damaligen Star, also muss man ja wirklich schon sagen, die war bekannt und du hast ja auch das Gefühl, das kann ja nur gut ausgehen. Die steht ja auch auf dem Kinoposter drauf und du hast halt, das ist so konsequent und so überraschend, dass sie, dieses Gespräch, wie sie sich entwickelt, dass es immer quälender wird, dass die Spannungsschraube immer weiter nach oben geht. Und der hat so ein Tempo auch in dieser Sequenz. Das finde ich wirklich sensationell und das ist auch der Punkt, der mich für Scream so begeistert. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es ja damals im Cars schon zumindest angerissen. Wir haben den auf VHS damals geguckt und den Raum abgedunkelt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht ganz wusste, worum es geht. Also ich war wirklich so, so wie man sich das bei den heutigen Filmen sowieso nicht mehr vorstellen kann, aber wie man es bei den großen Meisterwerken, die man so einmal gesehen hat und danach denkt, diesen Effekt werde ich nie wieder haben. Ich sag mal, das Imperium schlägt zurück, wo man einfach dann diesen Moment hat, also diese Reveals. Und das ist so bei Scream, finde ich, das ist so extrem gut gemacht, weil diese Art von Horror, dieses, man hat das Gefühl, als hätte das Opfer so noch eine Restchance, weil A, diese Spielchen halt besteht. Also es kann ja auch sein, dass man die Quizfrage richtig beantwortet. Und das ist ja auch bei der zweiten Frage, mein ich so, dass das sogar so ein leicht euphorisches Ja von Ghostbusters ist. Ja, hast du gut gemacht und das wird noch was. Und diese Bedrohlichkeit, die er ausstrahlt, dieser Film, das ist schon, ich finde das, weil das ja auch greifbar ist. Es sind zwar Teenies und du kannst auch sagen, dass die Dialoge, das ist ja so mein kleiner Kritikpunkt an Scream, dass die Dialoge für Teenies halt zu geschwollen und zu gelackt sind. Stichwort Dawson's Creek, da merkt man halt auch die Kevin-Williamson-Handschrift. Aber du hast wirklich das Gefühl, das sind Menschen und gleichzeitig hast du nie das Gefühl, dass das Ghostface irgendwie so ein Übermonster ist. Und das finde ich richtig cool. Sag mal, wie ist denn das so von den sonstigen Figuren her? Welche überragt denn neben Sidney Campbell, dass man den ersten unbedingt gucken sollte? Weil Stu ist ja klar, deswegen fangen wir mit Theresia an. Nee, was ich auch noch sagen wollte, eben noch zu Ghostface, ist, ich habe die Filme meistens in der deutschen Symbolisation gesehen und ich finde es halt auch wirklich gut, die Stimme, die die ausgebildet haben für den Killer. Weil wenn du die am Telefon hörst, die ist wirklich auch gruselig, finde ich. Vor allen Dingen, wenn die dann so umschwingt, weil die fangen ja am Anfang immer normal an und spricht mit dem normalen, aber der geneigte Zuschauer, der kennt ja die Stimme quasi schon. Aber ich finde, auch diese Stimme löst was aus. Also wenn du die Stimme irgendwie hörst, weil die ist auch bei mir so verbunden mit dieser Filmreihe, also wenn ich die irgendwo höre, ich hoffe, mich ruft der Kerl nicht an. Genau, aber wen ich sonst noch in der Reihe gerne mache? Ja, also ich, ja schon auch irgendwie do ich natürlich, weil am Anfang meint man halt, er ist halt so der Deputy und kriegt vielleicht das Ganze auch nicht so auf die Reihe, aber dann ist er im Grunde so der heimliche Held, finde ich, von dem Film. Und ja, durchaus auch, ich will es nicht sagen, aber durchaus finde ich auch Stuart ganz amüsant. Hast du das gehörtst du? Ja, das war auch fast die richtige Antwort von Theresia, aber die richtige Antwort wäre natürlich Randy gewesen. Stimmt, Randy habe ich vergessen, natürlich. Nichts hat mir, glaube ich, mein Horrorherz so sehr zermalmt als, ich sage noch Scream 2 und Van, weiß man, was passiert ist. Und diese ganzen Figuren, gerade auch Randy, das ist halt Drehbuch, die reden schon sehr drehbuchhaft, aber wenn du halt in dem Alter bist und dann ist da ein Typ, der ähnlich wie du auch so eine Filmleidenschaft hast, dann ist das schon ziemlich geil. Und du fühlst dich zu dem schon verbunden und vor allem, er darf überleben, zumindest im ersten Teil. Deswegen ist Randy so mein, ja, mein heimlicher Held. Ich glaube tatsächlich, ich hätte es in Scream 2 nicht so schlimm gefunden, wenn Sidney gestorben wäre, wie als jetzt als Randy da. Ach Randy. Oh, das war halt schon, es war schon einmal so cool, wenn er halt so, eben erklärt, wie halt so Horrorfilme funktionieren und dann haben die im Grunde alles falsch gemacht, was mir noch falsch machen kann. Er hat noch gesagt, mach das nicht, mach das nicht, hab keinen Sex, geh nicht alleine durch die Tür, sag nicht, ich komm gleich wieder. Ja. Ich finde, er hat es immer erklärt. Ich möchte anmerken, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, diese Sätze gesagt und ich lebe noch, ne, also es funktioniert. Sehr gut. Ich finde ja, also dieser Meta-Aspekt, der wird ja bei Scream, finde ich, teilweise, gerade im ersten ein bisschen überbewertet, weil er da gar nicht so sehr vorhanden ist. Es gibt dann halt in der Figur Randy natürlich, also in dem Moment, wo er dann anfängt mit, ihr kennt die Regeln nicht, ihr kennt die Regeln nicht und dann erklärt er einmal die Regeln von Slasher und Horrorfilmen. Das ist Meta und dann gibt es natürlich dieses berühmte Zitat von Sidney, die dann sagt, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Oh, Horrorfilme finde ich ätzend, da läuft ja immer nur eine dumme Teenagerin mit dicken Titten, statt dass sie rausläuft, läuft sie nach oben. Und dann ist natürlich der Running-Gag der ganzen Reihe, dass immer jemand nicht nach draußen rennt, sondern nach oben. Das ist einer der vielen Aspekte in der Scream-Reihe, die ich so schätze, weil es natürlich immer mal auch Momente gibt, wo diese Tür dann irgendwie, sie geht einfach nicht auf, warum auch immer. Das heißt, der Film macht sich quasi über sich selbst so ein bisschen lustig und der eine oder andere findet das ja so ein bisschen pseudo-clever. Ich selber finde das einfach sehr, sehr amüsant und sehr, sehr clever und ab dem Moment, finde ich, wo Randy auch diese Regeln erklärt, kommt dann so dieses Meta auch in die anderen Figuren dazu oder durch die anderen Figuren dazu. Dann ist ja Stewie, der einmal so a la Zombie rausgeht, ich komme gleich wieder. Und dann guckt er ihn ja auch so ernsthaft an und die sollen alle bloß keinen Sex haben. Und wenig später hat dann Sidney Kempel... Ach, da habe ich mich gehalten und lebe immer noch, es funktioniert. Ihr scheint mal dran zu sein, ne? Kein Kommentar. Und wenig später schläft sie mit Billy und trotzdem überlebt sie den ersten Teil, obwohl es wirklich ja im Laufe des Showdowns sehr danach aussieht, dass die beiden bösen Buben, die sich dann ja als Killer entpuppen, Stewie und der liebe Freund Billy, das es dann schwierig wird für sie. Sag mal, wie ist so in der Retrospektive, heutzutage weiß man ja so, Billy Loomis ist ja klar und Stewie. Aber wie war das damals für euch bei der ersten Sichtung? Habt ihr diese falsch gelegte Fährte mit Himbeersirup, Ketchup, was auch immer es war, sprich den vermeintlichen Leinwandtod von Billy, habt ihr den gleich gekauft oder, Therese, hast du gesagt, na, da kommt noch was, der ist noch nicht tot? Ne, also ich muss gestehen, ich habe es geglaubt, ob sich da wirklich der Kerl, ist schwer verletzt oder tot? Wie war es bei dir, ist du? Ich weiß, ich bin leicht, ich bin leicht löwisch. Ich dachte, bei der ersten Sichtung, da war es auch komplett überraschend für mich, denn es gibt ja noch ein paar andere Sachen, er wird ja zu Beginn auch verhaftet, weil er der Hauptverdächtige ist und so alte Weisheit ist ja, der Hauptverdächtige ist eigentlich nie wirklich der Täter, solche Sachen. Deswegen, ja, ich war da schon, ich bin denen auf den Leim gegangen, bei der ersten Sichtung durchaus. Das Einzige, was man natürlich dann, wo man hinterher so ein bisschen fragt, okay, man sieht ja seinen Tod nicht. Naja, er wird ja quasi relativ, also blutarm, sag ich mal, abgestochen, er bekommt ja irgendwie ein Messer angeblich in den Bauch und dann stolpert er da oben her und dann fällt er um und da waren die Kills davor, gerade halt von Casey, Steve oder auch Kameramann Kenny, schon einiges grafischer. Aber damals bin ich auf den Leim gegangen, ich war jung und dumm und sexy. Ja, ich fürchte, ich auch, wenn du heutzutage mit deinen erfahreneren Augen sowas siehst, dann denkst du sofort, also nicht nur bei den Rewatches, da weißt du es ja eh, aber da ist ja von dem, da gibt es ja diese Videothekenszene, wo dann auch Randy nochmal darauf beharrt, ist doch klar, Billy war, sondern steht auf einmal hinter ihm. Da gibt es natürlich auch einen von zahlreichen Jumpscares in der ganzen Reihe und da führt er sich ja schon so, finde ich, auch wie jemand, der auf jeden Fall nicht, heute würde man sagen, nicht ganz koscher ist. Also der irgendwie was im Schilde führt und was da irgendwie, ja, sich auf jeden Fall misstrauisch oder dem man misstrauisch gegenüber sein sollte und ja, ich muss im Nachhinein sagen, so bei Stu überrascht es ja gar nicht so sehr, weil der irgendwie, ich finde ja auch, dass Matthew Lillard so den ganzen Film irgendwie immer am Anschlag spielt, ist manchmal ein bisschen anstrengend, finde ich, aber es passt in die Reihe. Ja, am schlimmsten fand ich ja dann bei Stuart, wo er dann nicht, also weil sie dann quasi, sie wollen ja überleben und dann stecken sie sich ja quasi gegenseitig ab, damit sie halt auch verwundet sind und sagen können, wir haben es überlebt und dann sticht halt doch der One bei Stuart zu fest zu und dann jammert der nachher rum, ich blute, ich blute und ich denke mir so, ach ja. Ist ja doch ein Stich weniger geschah, ne? Ja. Ich fand das aber immer ziemlich eindringlich, diese Szene. Also ich fand das sehr unangenehm. Alleine so sich so zu öffnen und dann, okay, stich mir in die Seite, finde ich, allein die Vorstellung, finde ich echt widerlich. Und ich meine, Stuart ist halt einfach, beide sind total Psychopathen. Von daher fand ich die Szene immer stark. Bei Stuart war es jetzt so, da war es jetzt wirklich so over the top gespielt. Also da konnte sie es nicht verbergen. Also da hat es noch sehr gut unterdrücken können. Ich muss aber sagen, dass, wo ich immer lachen muss, ist, wenn er dann schon so wahrscheinlich im Delirium, weil er so viel Blut verloren hat, dann irgendwie sagt, könnte bitte jemand meine Mutter anrufen. Ja, genau. Also Sidney, hilf mir. Oder weil immer schon Sidney wieder am Telefon ist und der dann so sagt, Sidney, mir geht's nicht gut. Oh, apropos Telefon, es gibt aber eine Sache, die fand ich damals doof und die finde ich heute noch doof. Und zwar, was wir gerade nicht erwähnt haben, was ja auch ein großer Reveal ist, der dachte ja, zumindest ich früher, bei der Erstsichtung, dass der Killer jemand ist, den wir noch gar nicht gesehen haben, wegen der Stimme. Denn diese Stimme klingt ja normal. Die klingt nicht verzerrt. Das ist eine normale Stimme. Und dann kommt aber raus, dass die halt so Stimmverzerrer haben. Und im Film ist es so, wenn sie die halt so benutzen, also wenn sie sich zum Beispiel jetzt vor Sidney stellen und sagen, aha, ich bin aber der Killer, dann klingt das wie ein Stimmverzerrer. Aber wenn sie am Telefon sind, dann, das habe ich irgendwie, das fand ich immer ein bisschen störend. Ich weiß nicht, warum, das ist natürlich jetzt korrekt eine Kackerei, aber das fand ich immer ein bisschen doof. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde das nach wie vor auch vielleicht sogar am schwersten zu verkaufen, weil es ja auch im weiteren Verlauf der Reihe Szenen gibt, in denen Ghostface was sagt, während er nicht am Telefon ist. Also gerade in Teil 2, aber mit Vergnügen. Und du denkst, okay, wie hält er denn jetzt den Stimmverzerrer fest? Das geht ja irgendwie gar nicht. Ja, ich habe mir immer gedacht, okay, weil es ist ja irgendwie eine Maskeengebau, so ähnlich wie bei Darth Vader. Aber keine Ahnung. Ja, im zweiten Teil auch so, dass sie da erklärt haben, dass es in der Maske drin ist, was ja auch Sinn macht. Aber ich finde es halt einfach seltsam, wenn man eben dieses Ding vor dem Mund hat und dann dadurch spricht, dann habe ich kein Problem, wenn man dann immer so klingt wie Ghostface. Aber das ist irgendwie, anscheinend ist, dass die Qualität besser ist, wenn man durchs Telefon spricht, finde ich irgendwie seltsam. Aber ja. Wir waren gerade schon beim Showdown und ich habe eine Frage an euch. Fangen wir mal mit Theresia an. Ich hatte damals, als ich das das erste Mal sah, das ist sowieso ja neu gewesen für einen, aber ich hatte irgendwann auch das Gefühl, dass einer der beiden noch, beim Wrestling würde man sagen, noch den kompletten Heel-Turn macht und auch noch den, also ich hatte kurz das Gefühl, dass Billis du auch umbringt. Wie ging es dir? Ja gut, vielleicht hat er das ja wirklich vorgehabt, aber er hat anscheinend auch zu tief und zu oft zugestimmt. Kann schon sein, dass der dann wirklich keine Überlebenden haben wollte und halt so der einzige Held dann sein wollte, weil er vielleicht auch sehr unsicher war, wie sehr Stuart die Klappe halten kann. Wie war es bei dir, Stu? Wolltest du Billy umbringen? Also ich hätte natürlich Billy am Leben gelassen, ist klar. Ja, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen halt nochmal geguckt und bei dieser Szene, da hatte ich das Gefühl, dass er am Anfang es nicht vorhatte, aber als er dann gemerkt hat, ach scheiße, jetzt ist eh zu spät, dann komm, was soll's. Also ich glaube, dass es Billy relativ egal gewesen wäre, wenn Stuart dann auch gestorben wäre. Was zeigt, dass eigentlich Stuart der wahre Held der Scream-Reihe ist? Denn ich bin mir sicher, er wollte eigentlich nur Billy aufhalten und ist dann irgendwie in seinen Bandkreis gekommen. Meine Theorie, ja. Schlechte, schlechter Einfluss. Denn, also eigentlich hat ja auch Stu wirklich gar keine Motivation, außer dass er halt ein crazy Dude ist. Er war doch mit Casey zusammen. Das wird doch gesagt, dass er mal mit Casey was hatte, ganz kurz. Deswegen jetzt, ich habe mich jetzt immer gefragt, warum die überhaupt dann mit da umgebracht worden ist, was es für einen Grund gab. Es gab, ich weiß leider den YouTuber nicht mehr, aber es gibt einen YouTuber, der hat sich die Mühe gemacht und hat wirklich recherchiert, welcher Killer wen in Scream 1 umgebracht hat. Und der kam zu der Theorie, dass tatsächlich wahrscheinlich Stuart die Kills gemacht hat, weil es sonst nicht möglich gewesen wäre, dass Billy danach sofort bei Sidney wäre. Also, dass der vielleicht dann mitgeholfen hat, aber dass wirklich aktiv Stuart derjenige war, der halt Casey Becker und Steve umgebracht hat. Das, ja, also ich würde, also Stuarts können sowas. Können wir noch kurz über den, wo ich mich jedes Mal wieder aufregen könnte, wenn ich diesen Film schaue, über diesen, wo die, ich glaube, das ist die Schwester von Dewey, Rose McGowan, also Tatum Riley. Ja. Wie die versucht zu fliehen? Äh, ja. Also, er klappt? Wie Katzenklappe? Ja, also, ich kann mich noch daran erinnern, jetzt müssen mal die saure Gurkensprüche raus oder zumindest, vielleicht hören die Leute weg, die jetzt auch was, was so, äh, das gute alte Denken ein bisschen doof finden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich in der, damals in der achten Klasse mit einer guten Freundin über den Film unterhielt und sie erstmal einen Lachflash bekam und ich wusste nicht, warum sie lacht, weil sie erstmal einfach nur gelacht hat für ungefähr eine Minute. Und dann sagte ich, was ist denn jetzt so witzig? Und dann heißt sie, ich musste gerade an die Szene denken, wo, wie heißt sie, Rose McGowan mit ihren Titten hängen bleibt, weil sie da nicht durch die Katzenklappe kommt. Und so habe ich das irgendwie gar nicht verstanden und ich glaube, die Szene ist auch gar nicht so, aber ich musste damals sehr, sehr schmunzeln, weil ich dachte, ja, okay, der Punkt hat jetzt gleich zu dritten. Ich habe es einfach gesagt, weil es macht irgendwie Kontinente, die dann lustig sind. Und der Killer könnte halt jetzt einfach zustechen und guckt sich das so ein bisschen an, man hat auch diese Michael Myers Kopfbewegung, weißt du? Und dann sieht er halt diesen Schalter und dann denkt man sich so, boah, weniger arbeiten und zack, erledigt. Also es ist eine lustige Szene. Es ist irgendwie so ärgerlich, also ich weiß, dass ihr alle, also keine Ahnung, was ich machen würde, aber ich... Wobei den Punkt... Es ist halt in der Hinsicht schon eine schöne Szene, weil sie ja davor diesem Killer halt sagt, ich bin aber nicht dein Mäuschen und ich habe keine Angst vor dir und jetzt lass mich in Ruhe. Und dann wird sie ja relativ schnell doch zu einem dieser, ich sag mal, Screamgirls, die dann abhauen und dann dumme Fehler machen. Aber, und das ist eine Sache, die vergisst man halt ständig, wir sind gut darin zu sagen, ja, warum reden sie nicht nach draußen, warum machen sie nicht das? Aber ganz, sei mir ehrlich, also ich hatte noch nie die Situation, dass mich jemand töten wollte, ja. Und von daher sind das so Sachen, die finde ich dann nicht so schlimm und wie gesagt, die Szene ist echt ganz lustig. Und vor allem, es war die Szene, die wir neben der Entweidung von Steve damals immer wieder geguckt haben. Denn ich habe Scream, glaube ich, zuerst in der Elvis-K-16-Fassung gesehen, der kam ja nur geschnitten, also nicht nur geschnitten, aber hauptsächlich kam er geschnitten. Und dann haben wir erfahren, es gibt noch den Directors Cut, der Uncut ab 18 unten auf dem Index ist. Und da sieht man tatsächlich ein bisschen mehr, wie das Garagentor sich zerquetscht. Das klappt so wie Amixin, ja. Nicht viel mehr, finde ich, so im Nachhinein, Dev. Die haben ja irgendwie, also da wäre sowieso noch ein Aspekt gewesen. Wie steht ihr zum Härtegrad vom ersten Teil? Ich finde ja, dass der erste Teil für mich persönlich noch immer die härteste Szene hat. Ich finde es nämlich echt widerlich, wenn er Casey einholt und ihr das Messer wirklich so in die Brust rammt. Das finde ich, das hat sich so eingebrannt in mir. Alleine vom Blutgehalt, also klar, diese Gedärme von Steve sind ganz heftig, aber das meiste siehst du ja wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Er ist ja mittlerweile Uncut ab 16, damit ist Scream 2 der einzige, neben dem neuen Scream 6, der einzige Scream-Teil, der ja noch ab 18 ist. Muss sagen, hätte man auch weiter ab 18 machen lassen können. Der ist schon brutal, aber ich finde auch 16 ist okay. Also ich würde, das ist kein Film, den ich in Sechsjährigen zeigen würde, außer ich hasse den Sechsjährigen dann gerne. Aber ja, der ist schon, der ist schon brutal, aber wie so oft finde ich, es gibt auch härtere Sachen und von daher kann man, es geht schon. Ja, wie gesagt, also eben diese Einkartfassung ist jetzt dieser, dieser Tod mit diesem Garagentor schon auch nicht ohne. Ja, der Kopf wird noch ein bisschen mehr gequetscht auch, ne? Ja. Wobei man sieht sehr deutlich, dass dieser Kopf aus Gummi ist. Ja, das stimmt. Wie gesagt, wir haben die Szenen damals wirklich immer wieder geguckt und immer wieder geguckt, wo ist mehr als in der alten Fassung. Wir hatten damals die Zeit. Es war eine schöne Zeit, denn wir hatten Zeit. Genau. Ich finde den nach wie vor so brutal, dass ich den definitiv ab 18 lassen würde. Also gerade die von mir schon angesprochene Szene, wo sie sich gegenseitig quasi, ja, kurz vorm eigenen Niedermetzeln sind und sich nochmal reinstechen und nochmal reinstechen. Und das ist echt viel Blut an vielen Stellen. Das ist ein großes Thema, das ich immer noch denke, da könnte definitiv FSK 18 sein. Ja, die Szene, wo Mia immer noch im Gedächtnishänger bleibt, ist die, wenn dann, also da ist ja dann Gail, weißt du, mit ihrem Übertragungswagen, mit ihrem Techniker da und dann will die vor dem Kilo fliehen und muss halt und sieht nix, weil die Scheibe dreckert ist und versucht ja dann die Scheibe mit dem Scheibenwischen sauber zu machen und dann ist das halt auch alles nur Blut. Tja. Ist schon auch immer sehr heftig. Rest in peace, Kameramann, Jenny. Ich muss auch sagen, es kommt beim zweiten Teil sowieso noch zu, aber ich finde auch von den Härten her, du merkst so einen Schritt zwischen den ersten drei Filmen und natürlich dann Teil 4 und jetzt Teil 5 zuletzt, dass da diese Schraube ein bisschen weiter noch umgedreht werden soll, aber gerade so was die Härte angeht, ist für mich so in der Trilogie, ist das Scream auch nach wie vor die Peak, also das ist, ich finde es sehr brutal. Ich finde halt den, also ich spring mal voraus, aber ich glaube den Kilo, den ich am brutalsten finde, vielleicht nicht grafisch, aber ist der im zweiten Teil, dem Kino, weil der halt auch so ultra perfide ist, weil der ja noch die Leute dazu juhlen, während sie da abgeschlachtet würden und glauben, es ist eine Show. Das finde ich halt auch wirklich heftig. Ja, das stimmt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr kritisieren wollt am ersten Teil, wo ihr sagt, so da sind so zwei, drei Marke, das würde ich gerne ändern, wenn es nochmal einen Recut oder sonst was gäbe? Oder sagt ihr, Theresa, so Theresa, das ist flawless, so gut wie, also makellos? Nö, also ich glaube so die Deckpunkte, die ich hatte, das sind wenig, hab ich gesagt, also nö, sonst würde ich sagen, passt der Film für mich. Ja, also makellos ist glaube ich nichts im Leben, außer meine Mutter, hallo Mutti, aber ich würde ja jetzt auch nichts ändern. Es ist ein schöner Film, es ist ein guter Film, es ist ein toller Film, es ist natürlich auch eine Art Zeitgeistdokument, das ist auch nicht zu vergessen. Äh, und deswegen, nee, der soll so bleiben, wie er ist, denn er darf. Du darfst. Egal. Ja, ich finde, äh, ich kann mich damals glaube ich noch erinnern, dass Horror-Komödie drüber stand und ich fand's, äh, ich finde in, in Scream sind nicht so viele komödie, gigantische Elemente. Das wird irgendwie in den nächsten Teilen der Reihe mehr, hab ich das Gefühl. Da hab ich dann wirklich auch mal einen Schmunzler dabei. Aber weil eben Ghostface hier so schon ein ziemlicher Anschlag seines Sadismus ist, gerade was die Öffnungsszene angeht, weil da einfach diese, dieser von dir angesprochene Stich und dann später ja auch das Innere nach außen gekehrt zu sehen, da hat's bei mir irgendwie nie zu lachen gereicht. Mittlerweile gibt's natürlich Sachen, die man feiert. Stichwort, das Duo soll nicht so viel Fernsehen. Äh, aber das ist dann natürlich im Laufe der, und das ist übrigens, Scream ist glaube ich der Horrorfilm, den ich am meisten in meinem Filmleben gesehen habe. Ich glaub, den hab ich mindestens zehnmal schon gesehen. Und das ist bei Horrorfilmen bei mir sonst ja so, einmal gucken und dann vielleicht nochmal ein zweites Mal, wenn eine Fortsetzung kommt oder wenn er mal im Fernsehen läuft, bleibt man mal hängen. Aber ansonsten hab ich jetzt nicht das Bedürfnis, bei irgendwelchen Slashern oder Horrorfilmen, die immer wieder zu rewatchen. Und Scream kann ich wirklich, einmal im Jahr kann ich mir den reinschieben und sagen, so, jetzt ist Scream-Time. Nicht umsonst steht er bei mir auch physisch im Regal. Ja, nee, ist für mich genauso. Also wenn ich den, wenn ich zufällig über den gegen mich stolper, bleib ich bei dem dann auch hängen und schau ich dann, schau den auch gerne an. Und das passiert bei mir auch bei sehr wenig Horrorfilmen. Wir werten ja sonst nicht mehr so in unseren normalen Cars, aber wenn ihr so eine Wertung für den ersten Scream raushauen würdet, ich glaubst du, bei dir stehen bei Letterboxd fünf Sterne, wenn ich das richtig weiß, ne? Ja, ja, also fünf von fünf, zehn von zehn, hundert von hundert, äh, Meisterwerkpunkte aus Ende. Cool. Therese, d'accord? Ja, ich weiß gar nicht, was bei mir bei Letterboxd ist. Also ich glaub auch, da sind wir so vier oder viereinhalb Doktor stehen da mit Sicherheit. Ja, bei mir stehen tatsächlich viereinhalb und das hat gar nicht so sehr mit dem Alter zu tun. Ich find, der Film ist nämlich echt richtig gut gealtert und ist auch schon ein bisschen damals seiner Zeit voraus gewesen. Aber ich hab wirklich mit den Dialogen fremdel ich nach wie vor, weil es mir zu gelackt ist, was die Jugendlichen so von sich geben. Das Skript an sich ist natürlich richtig geil, richtig wendungsreich und es ist mir einen Tick zu viel auf Jumpscare gesetzt in einigen Szenen. Aber das ist schon okay. Es ist wirklich meckern und nitpicky sein auf höchstem Niveau. Picky ist ein gutes Stichwort. Du hattest das ja schon angeschnitten. Wenn wir jetzt auf Teil zwei gucken, das ist ja, find ich, eines der Sequels, was sich total organisch ergibt, weil man hat so gemerkt, der Film ist erfolgreich, also lass uns doch gleich schnell eine Fortsetzung machen. Man hat sich auch schnell daran gesetzt, sodass 97 der zweite Teil erschien. Da geht's dann tatsächlich nicht nach Woodsboro wieder, sondern wir sind am College. Sidney Prescott hat so ein bisschen versucht oder versucht am Windsor College zu studieren, hat dabei einen neuen Boyfriend, der gute Derek, gespielt von Jerry O'Connell, der ihr holdig ist oder hörig ist. Gay Weathers selber hat ein Buch geschrieben, nämlich die sogenannten Woodsboro Murders. Und dieses Buch ist verfilmt worden in dem Film Stab und der kommt gerade in die Kinos. Ja, und das hattest du schon gesagt, da gibt es dann bei der Preview dieses Films einen Zwischenfall, dass zwei Studentinnen, ein Student, eine Studentin ermordet werden. Und ja, erneut wetzt Ghostface das Messer und ja, alle sind eigentlich, Randy ist wieder auf dem Tableau, Dewey ist auf dem Tableau. Und alle merken, Ghostface ist wieder da und wir sind anscheinend in Gefahr. Dazu kommt so ein Element, mit dem ich jetzt beim Wewatch ein bisschen gefremdelt habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Theresa kann da gleich ihren Senf und danachst du dazu geben. Mir war nicht mehr so klar, dass da so eine Nummer draus gemacht wird, ja, erahmt die Morde des ersten Teils nach, weil dann so das Name Game kommt. Das heißt, die Opfer heißen dann mit Vornamen oder zweiten Namen, so wie die ersten Opfer oder wie die Opfer aus Teil 1. Wie ging es dir damit, Theresia? Ich hatte das, ich hatte das zum Beispiel wirklich vergessen und habe das beim Wewatch gesehen und dachte, hm, muss jetzt nichts sein. Daher, ich habe es, wie gesagt, auch jetzt wieder vergessen gehabt, habe jetzt auch versucht zu erinnern, wie es ist und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es heute noch mal auf bestimmten Internetseiten gelesen, was da so los ist. Und da bin ich halt auch drüber gestoppt, hm, die erste Tote heißt so wie die erste Tote im ersten Teil. Zufall? Hat dich Anne in meinem Kopf, dass der das versucht so mal nachzustellen, was damals passiert ist? Du warst dir das noch bewusst? Du hattest dich dann, glaube ich, auch diese Woche nochmal gerewatcht, ne? Ja, 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 ich wusste das noch, das ist halt so, ich finde, das ist auch wieder so eine Art Meta-Kommentar, kann man daraus lesen, weil das ist halt wirklich billig und sei mir ehrlich, ganz viele dieser Horrorfilm-Fortsetzungen versuchen halt irgendwas rauszuziehen, damit man eine Story hat und so auch hier. Ich muss noch sagen, ich habe Scream 2 damals im Kino gesehen und ich kann euch sagen, es ist ein gleichsam ungutes, wie aber auch sehr cooles Gefühl, wenn man in einem Kinosaal sitzt, wo lauter Leute hocken mit Scream-Masken und dann kommt dieser Kill. Es ist interessant, das war eine Erfahrung, das kann ich euch sagen. Ja, für mich steht Scream 2 ja so ein bisschen über die Überschrift, weil ich mich zur VO daran erinnern kann, dass quasi, der ist besser als der erste Teil und damit spielt ja auch der Film selber. Die IMDb-Wertung von 6,3 und die Letterboxd-Wertung von 3,4 sehen anders aus, aber wie ist es denn bei euch, Theresa, ist für dich Scream 2 besser als Scream? Nee, also bei mir ist wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, der erste Teil bleibt für mich halt unerreicht und der zweite Teil, ich kann damit gut leben, dass die halt so versuchen, so einen Abklatsch zu machen, weil die erste Szene ist halt schon sehr ähnlich, identisch mit dem ersten Teil. Ja, aber man piepert halt genauso mit Sidney, weil man verunsichert ist, was ist denn jetzt schon wieder los und natürlich kann man verstehen, dass Sidney jetzt halt im ersten Moment dann auch jetzt ihrem Freund misstraut, weil im ersten Teil war sie auch ihr Freund. Das spielt schon auch wieder so mit dieser Erwartungshaltung. Also ich finde den zweiten Teil nicht schlecht, aber wie gesagt, nee, also Teil 1 ist halt einfach Teil 1. Und ich finde, was der zweite Teil ein bisschen exzessiver macht und dadurch vielleicht ein bisschen spannender seinen Houdanit-Part rausstellt, ist das Legen von falschen Pferden. Also du hast schon sehr viel häufiger mal, unter anderem in diesem Dialog zwischen Dewey und Randy, wo es um diese Fortsetzungsregeln geht, die natürlich auch wieder dieses Metaspielchen vorantreiben, aber da hast du halt dieses, wir gehen mal die Verdächtigen durch, wer ist denn verdächtig? Der und der und der und der und der und dann wird halt gleich so, ja, einer, also, das heißt dann, wer könnte noch in Frage kommen? Ja, Micky, der durchgeknallte Tarantino-Filmfreak. Und dann kommt kein Zusatz mehr, sondern kommt nur, ja, aber wenn Micky verdächtig ist, bin ich es auch, deswegen ist das nicht. Und du denkst, ja, okay, alles klar und am Ende stellt sich heraus, einer von wieder zwei Kindern ist halt dieser Micky und so macht das der Film, finde ich, sehr geschickt, dass er Pferden legt und dann gleich wieder verschwinden lässt. Gleichzeitig immer das, was Theresa sagte, immer irgendwie so ein bisschen diesen Derek so, der ist halt auch zu perfekt, wie man so, also Jerry O'Connell ist zwar kein Bo, aber er ist halt schon ein hübscher Knirch da zumindest in dieser Reihe, also anders vielleicht als in Stand By Me. Und du hast halt das Gefühl, das ist zu perfekt, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann gibt es immer mal wieder so Blicke, wenn Sidney die Szenerie verlässt, wie er hier hinterherguckt und man denkt, irgendwas stimmt da nicht. Und gleichzeitig, hätten sie es durchgezogen, wäre es wahrscheinlich viel zu offensichtlich gewesen, oder? Ja, das ist halt vielleicht, ja, könnte man auch sagen, ja, nicht klein oder zweimal das gleiche Schema, aber es ist halt schon, weil man halt auch vielleicht immer denkt, es müssen die Verrückten durchgeknallten sein. Weil man hat ja gelernt, im ersten Teil, es war ja hier auch Stuart, der ja auch ein bisschen überdreht war und dann, es ist halt, es ist halt schwierig. Man rätselt halt trotzdem mit. Da habe ich leider den Gedanken verloren, den ich hatte, es tut mir leid. Da kommt er wieder. Es ist halt, es hat was Seifenoperartiges, was theatralisches, was da passiert. Nicht nur, weil der ja auch eine Szene gibt, die in einer Theaterbühne spielt oder eine Theaterprobe spielt. Allgemein auch, wie die Figuren sich verhalten. Es erinnert mich immer so ein bisschen tatsächlich an Starship Troopers, wo ja Paul Verhoeven auch extra so Soap-Darsteller genommen hat und auch so eine Soap-Optik gewählt hat, um das so rüberzubringen. Und das hat Scream 2 auch. Also die Motivation der Täter ist halt Bullshit, sagen wir mal so, wie es ist. Der eine will Fame, die andere ist eine Mutter, wo man sich fragt, wie will die überhaupt jemanden umbringen, ja, mit einem Messer. Das wird nicht funktionieren. Aber ich finde, dass Scream 2 halt doch mal die Meta-Ebene sehr stark in Anspruch nimmt. Einige finden schon zu stark. Ich finde das ziemlich cool, wie er es macht. Und ja, Scream 2, ich hatte von Scream 2 ein Poster in meinem Zimmer, deswegen habe ich ihn auch unglaublich gern als bei der letzten Sichtung. Der ist, wie gesagt, nicht so gut wie der erste, muss aber auch nicht. Der ist trotzdem wirklich immer noch saustark. Da sind so viele schöne Sachen drin. Ich liebe zum Beispiel auch diesen einen Moment, wie kurz bevor Sarah Michelle Gellar alias Cece Cooper stirbt, wenn sie dieses Telefonat macht und dann kommt ihre Freundin rein und telefoniert mit dem Typen und dann so, wer ist da? Ja, ich bin's, Todd. Und du siehst im Hintergrund, wie das Ghostface in das Haus schleicht. So Kleinigkeiten, die ich halt wirklich liebe, davon gibt es in Scream 1, aber auch in 2 halt eine Menge. Ja, und die werden halt auch im Laufe des Films immer so viele präsentiert und die sich halt verdächtig verhalten. Also was das Minu-Egg-Point ist, ist eben eben auch noch diesen Liebhau von Sydney's Mutter, der da dann auch irgendwie im Gefängnis saß für den Norden an ihr und so weiter und rauskam und der dann auch mit ihr reden will und ihr quasi immer auflauert, weil er mit ihr reden will und du irgendwann denkst, okay, der Kerl ist ja anscheinend auch irgendwie sauer auf sich und hat ein Motiv und ist auch nicht ganz koscher. Kurze Frage, würdet ihr jemandem trauen, der mit Vornamen Baumwolle heißt? Wenn er sich so gibt, wie Lee Schreiber ihn spielt, nicht, weil das ist schon grenzwertig. Also wir sehen ja im ersten Teil nur so einen Fernsehausschnitt und wir hören den Namen immer im Vergleich oder im Zusammenhang mit Gay Weathers, die immer sagt so, haben sie denn überhaupt das gesehen, Sydney? Und da werden ja Zweifel gehegt. Das ist ja auch, finde ich, nochmal so ein Story-Element aus dem ersten Teil, was ihn nochmal so ein bisschen elevated, finde ich. Da ist halt nochmal ein bisschen mehr drin als in so einem normalen Teenie-Horror-Slasher. Und in Teil 2 hast du ihn dann auf der Bildfläche. Er geht mir aber tatsächlich, und das ist für mich eine der Schwächen des zweiten Teilseins, er geht mir wahnsinnig auf die Nerven, weil ich finde, du hättest jede Menge Groll, könntest du hegen, aber doch, also würdest du da, ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich mehrere Jahre im Gefängnis und vielleicht sogar auf die Todesstrafe gewartet hätte, aber ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt immer so die PR-Schiene fahren würde. Ich glaube, ich finde schon, das passt. Ich glaube, der ist relativ clever und versucht jetzt eben daraus seinen Nutzen zu ziehen und der Film spielt ja auch mit ihm als Tatmöglichkeit allein durch diese Schuhe. Das ist ja so das Ding, worauf sie achten. Und so, das heißt, worauf sie achten. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, so, oh, ich habe was erkannt, ne, da die Schuhe oder das, ne, aber eigentlich ist das so, lenkt uns der Film da drauf. Wir merken es aber nicht. Und das war bei der ersten Sichtung bei Scream 2 auch so, wo ich dachte, oh, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, ne. Das hast du ja auch mit, bei Derek gibt es das ja auch und ich glaube, Mickey halt auch und ich fand Cotton immer, der tat mir immer sehr leid. Also ich konnte ihn irgendwie nachvollziehen, der war umsonst, also umsonst, aber unschuldig im Knast für mehrere Jahre für ein Verbrechen, was er nicht begangen hat und dass er jetzt halt Reichtum haben möchte, das fand ich eigentlich nur verständlich. Ja, und der möchte seine 15 Minuten ja eher sogar, ne. Also er ist ja eher auf Fame als auf Geld aus, wie man dazu sagt. Ja, weil er dort dann eben das Geld mitkommt. Also du hast ja, also gefühlt, ich bin mir immer sicher, aber du hast in sehr vielen dieser Filme jemanden dabei, der halt, der es halt immer auf den Fame dann abgesehen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und vor allem, was bei mir auch funktioniert, ist halt, wenn dann dieses Finale kommt und er kommt dann dazu und er ist halt nicht der Killer, aber gibt es ja auch diese zwei, drei Minuten, wo man sich nicht sicher ist, nicht, dass er dort noch zum Killer wird, also zu den Bösen überwandert, ne. Also das ist alles natürlich jetzt nicht so clever, aber durch diese Meta-Ebene, die da eben sehr stark vorhanden ist, wie ich finde, macht das dann doch schon Spaß. Ja, und du hast natürlich vorher durch, auch wieder eine angedeutete Fährte, also du hast diese Szene, wo Sydney in der Bücherei sitzt und nochmal kurz das Internet und E-Mails erklärt bekommt von einem ihrer Kommilitonen. Und dann weiß, oh, das ist ja von einem Terminal hier und sie rennt durch die Gegend und dann zieht sie Kotten zur Seite und redet mit ihr über ein Interview, als wäre es oder als ginge es um Leben und Tod. Und er fühlt sich da halt einfach extrem, ja, extrem bedrängend und extrem genervt beziehungsweise extrem gewaltbereit und mit kurzer Lunte, so wie er, finde ich, im ganzen ersten Teil, wo wir ihn dann mal zu Gesicht bekommen in dieser Szene, wirkt er ja doch sehr hemmsärmlich und unschuldig und er ist es ja auch, finde ich, im ersten Moment, wo er hier auf der Bildfläche erscheint. Und so finde ich, das macht, finde ich, der zweite Teil dann mehr und dadurch wird er für mich in dem Bereich ein bisschen interessanter im Hut an den Part. Also du hast so mehr, du hast mehr Momente, wo du mal so überlegen kannst. Im ersten bist du da weniger, finde ich, dabei. Da kommt irgendwann der Reveal und dann ist auch gut, weil auch nie die Frage ist so, wer steckt jetzt hinter der Maske, sondern da ist halt so die Frinerie noch so neu, ne? Ja. Genau, ich glaube auch, dass der erste, das Schöne war, dass er ja erst am Ende zum Hut dann wird. Du erwartest es ja gar nicht, weil wenn du es mal vergleichst mit Halloween, ist halt klar, Michael Myers, Maskenmann, ne? Das ist so, das ist das Böse. Und eben durch diese Stimme am Telefon, die ja auch zu keinem der Teenager passt und halt eben der Möglichkeit, dass der Vater ja auch verschonten ist, das hat man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ein potenzieller Täter im ersten Teil, finde ich, dass der erste Scream, wenn du ihn wirklich jung vor dich siehst, dass du erst, glaube ich, in den letzten 20 Minuten merkst, oh, okay, das war nur dann nicht. Stimmt. Ja, und ich glaube, je mehr Filme, dass du halt da bei Scream siehst, desto mehr erlittest du irgendwie mit, weil du dann denkst, boah, ja, das ist offensichtlich, aber ist das zu offensichtlich oder ist es dann nicht doch oder ist es dann doch der Nette, weil es war schon ein paar Mal der Nette und so weiter, also du rechnest ja gefühlt mit zehn Twists oder so in deinem Film. Ja, ich finde auch, dass Scream so spontan fällt mir kein anderes Horror-Franchise ein, wo halt der Slasher mit dem Houdanitz so gepaart wurde wie bei Scream. Denn bei einem Freitag 13 ist es halt meistens auch immer okay. Meistens ist es Jason, außer es ist natürlich der erste Teil oder der fünfte. Freddy Krüger ebenfalls, Chucky ebenfalls. Tatsächlich ist Scream wirklich so die einzige Horror-Reihe, wo ich sagen würde, das ist auch ein Houdanitz. Der erste Teil hat diese Formel halt etabliert und ab dem zweiten Teil wurde sie halt immer weitergeführt. Natürlich hier und da ein paar Schrauben wurden umgestellt, aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, seit dem ersten Teil gleich geblieben. Was ich wirklich geschickt finde und da merkt man natürlich, dass das mit Kevin Williamson ein Schreiber mit wirklich Talent ist, dass er dieses Etablieren von einer neuen Crew sozusagen. Du brauchst ja einfach eine neue Clique oder du brauchst neue Opfer, sagen wir es wie es ist. Und da bettest du das natürlich ans College ein und das ist sowieso ergibt sich sehr organisch aufgrund des Alters, aber es macht halt auch Sinn. Es ist so nicht wieder das Gleiche. Es ist nicht irgendwie eine Truppe von Jugendlichen fährt zu dem und dem Ort, sondern es ist die Figur. Sydney hat sich halt weiterentwickelt. Die ist jetzt einfach im Leben weitergeschritten und ist am College statt, dass sie an der Highschool ist und dementsprechend ist sie dann auch mit anderen Leuten zusammen, bis auf den kleinen Zusatz, dass irgendwie, warum auch immer, also Randy muss ja einen Ultra-Crush auf sie haben, weil er es ja auch des Öfteren im zweiten Teil mal so rausarbeitet, das fällt im ersten, finde ich gar nicht so auf. Dass er an der gleichen Uni ist wie sie, das ist schon, finde ich, ein interessanter Umstand, der so ein bisschen konstruiert wirkt, aber das ist für mich okay. Ich meine, was der Film einfach nicht nachliefern kann, ist so wirklich diese Frischheit des Originals. Also das ist dann, ich finde auch die Anrufe sind nicht mehr so ausufernd und auch nicht mehr so clever und interessant, aber er nimmt irgendwie, ich finde, Wes Craven nimmt auch so die losen Fäden so aus Teil 1 nochmal auf und spinnt sie weiter. Stichwort Cotton hatten wir genannt, Stichwort Gay Weathers, die wirklich ja nicht nur über Leichen geht, sondern daraus auch so eine Cash-Cow gemacht hat für sich. Ähm, aber ich muss dann wirklich sagen, dass ich am Ende den, den Reveal, den fand ich schon beim ersten Mal okay, aber je öfter ich das sehe, desto klarer ist, dass Micky ja auch sehr, sehr früh aus der Szenerie so raus entlassen wird und ich glaube, wenn man damals, also ich habe ihn damals nicht im Kino geschaut, ich glaube, dann ist man sehr gefangen, aber für heutige Zuschauer ist vielleicht relativ schnell klar, ähm, wer da der Mörder ist, zumindest einer der beiden. Beim zweiten ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, dass man das, dadurch, dass er so früh wirklich rausgenommen wird aus allem und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal auftaucht, ich würde mal vermutmaßen so eine gute 70 Minuten bevor der Showdown so, wie das bei Scream auch üblich ist, sehr früh eingeläutet wird. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt und so ganz, so ganz verstanden, also für mich macht es da so irgendwie den Eindruck, als würde er so a la Edward Norton in Primal 4, also Zwielicht heißt er, glaube ich, auf Deutsch, da dieses, ich mache auf uns rechnungsfähig und schiebe es auf die Filme, ja, das wird interessant, wem du das denn erzählen möchtest. Naja. Ja, kann er gerne machen, aber es wird ja dann, ich glaube, sind da nicht die Ande erschossen, oder schon? Ja, aber ich glaube, Scream ist halt auch kein seriöses Franchise. Also, das ist, also wenn es jetzt, sag ich mal, was wie True Detective wäre, ja, ein dummes Beispiel, ja, da würde ich auch sagen, das ist, das ist ja Schwachsinn, aber bei Scream, weiß ich nicht, hat mich das nie so gestört und ich muss auch sagen, ich fand Timothy Olyphant als Mickey immer irgendwie, er hatte immer das Gefühl, dass das der Spaß hat. Ja, das war ja noch lange, bevor er so richtig berühmt wurde und wo er dann auch, ich fand, Timothy Olyphant hat immer so eine Phase in der Karriere, wo er so, äh, der Bösewicht im vierten Stöp langsam wurde und danach den Hitman gespielt hat und irgendwie so, zumindest in weiten Teilen der Öffentlichkeit so, ja, ist okay, aber ist jetzt auch nicht der beste, tollste Schauspieler. Er hat halt Glück gehabt, dass er halt dieses Justified hatte, diese Lehre hier, wo er halt lexen konnte, weil gerade bei Stöp langsam vier und ich mag Timothy Olyphant, aber ich finde, Timothy Olyphant ist, gäbe es nicht den fünften Teil, äh, der schlimmste oder langweiligste Schurke in Die Hard-Universum. Das war wirklich lachhaft. Ich muss sagen, also ich hab den Teil zwei irgendwann nochmal gesehen gehabt und hab das auch, also, hab das meistens vergessen gehabt und auch so die Darsteller. Und hab ich dann Timothy Olyphant quasi eben durch, ähm, ja, Stöp langsam vier und eben Justified halt dann gesehen und quasi kennengelernt und dann irgendwann bin ich drüber gestartet und hab, ha, der spielt im ersten Teil, äh, im zweiten Teil den Killer. Dann hab ich mir irgendwann halt den zweiten Teil nochmal angeschaut. Und, ähm, weil ich ja das nicht mehr so im Kopf hatte oder mir bei Zellennamen nicht gemerkt hatte. Aber seien wir mal ganz ehrlich, äh, also der verdiente Killer wäre eigentlich Derek gewesen, also Jerry O'Connell, weil der ja Musicals anscheinend mag und wir wissen alle, wer Musicals mag, ist definitiv ein potenzieller Killer. I think I like you. Love you. Ach Gott. Ich weiß nicht, wie ihr damit meint und ich hab's, ich hab's zweimal überlebt. Glückwunsch, auch im Namen der Erinnerung. Soll ich mal den größten Kritikpunkt an Scream 2 sagen, der mir jetzt beim Rewatch aufgefallen ist? Und ich kann da leider, wie bitte? Dass danach Scream 3 kommt? Nö, nö, da kommen wir nachher noch zu. Ähm, ich habe alle Scream-Filme bisher nur auf Deutsch gesehen, weil ich einfach die Ghostface-Stimme im Deutschen, da hab ich diese, diese Kern-Assoziation, ähm, aber die Synchro ist wirklich schlecht. Also gerade bei Mickey schrägstrich Timothy Olyphant, die Stimme passt überhaupt nicht und ich finde, das wirkt gerade bei ihm alles so, ah, nee. Ich hatte wirklich sehr häufig Fremdscham-Gefühle, weil auch nicht so ganz klar ist, es wird ja immer so über die Besetzung von Step gesprochen und wir sehen ja nun auch Step auf der Leinwand und da ist, glaube ich, Heather Graham das erste Opfer auf der Leinwand und soll das spielen. Und dann wird irgendwie mal erzählt, dass David Schwimmer und der und der ausgestiegen sind, ist natürlich auch ein Wink mit dem Zaun, weil Courtney Cox natürlich auch zum Friends-Cast gehörte und so eben so David Schwimmer und dann erzählt aber Randy zehn Minuten später, ja, dich spielt wenigstens David Schwimmer oder sowas, mich spielt der und der. Na, diese, hä, das ist doch irgendwie, haben die noch nicht vor zehn Minuten erzählt, dass die gar nicht dabei sind und ich weiß nicht, ob das so ein übliches Synchro, so ein Fehler auch ist, der manchmal so bei Dialogregie und bei Dialog-Synchronfassung passiert. Aber ich habe echte Probleme, ich habe richtige Probleme mit ganz vielen Stimmen dort und wie die ihre Schauspieler dort porträtieren. Das ist so mein, wirklich mein allergrößter Kritikpunkt. Weil Kai Teschner als The Voice, also als Ghostface-Stimme, ist für mich sogar ein bisschen besser als das Original. Das kenne ich nur aus Trailern, aber es flasht mich nicht so sehr. Ihr habt ja, glaube ich, den fünften in der PV letztes Jahr gesehen und da sagtest du damals auch, dass er so mit der Stimme ein bisschen gefremdelt hätte am Anfang. Das war halt am Anfang so komisch, also ich habe den ja ab und in den fünften Originalton gesehen und ich habe ja diese Killer-Telefon-Stimme noch nie im Original gehört und im, also jetzt wäre ja auch, wenn ich verrückt habe, im fünften Teil wird halt auch ein Mädchen, das allein zu Hause ist, angerufen und am Anfang klingt halt diese englische Stimme ganz normal und wie gesagt, ich kannte ja das englische Original nicht, deswegen habe ich jetzt am Anfang wirklich nicht gewusst, ist das jetzt wirklich irgendwie ein normaler Andropod, ist das der Killer. Weil du natürlich mit der deutschen Stimme das sofort weißt, okay, ja, ist es. Also um hier nochmal klar zu machen, was für ein großer Fan ich damals vom Scream war, wir haben uns tatsächlich zusammen gesammelt, also Geld gespart, um uns aus Großbritannien Scream 1 zu importieren auf VHS, um das mal auf Englisch zu hören, weil wir wissen wollten, wie die Stimme halt klingt und ja. Ich bin auch, also ich bleibe ein Fan der deutschen Stimme, das ist einfach so auch die Macht der Gewöhnung. Die US-Stimme ist aber auch, also die Originalstimme ist auch ziemlich gut, aber ja, es fällt schon schwer. Also ich, das ist so, normalerweise bin ich jemand, der sagt sich so, gut, ob jetzt OV oder deutsche Fassung ist mir eigentlich meistens ziemlich egal meistens, aber bei Scream ist es schon so, ah, Deutsch wäre schon toll. Aber zu deiner Kritik zur Synchronfassung fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Es ist schon eine Synchro aus einer Zeit, wo man das Gefühl hat, okay, da hätte man gerne noch eine Mark 50 mehr rein investieren können. Vor allem, weil ja sicher ganz klar war, das wird ein Hit. Aber es geht, glaube ich, auch schlimmer. Ja, klar. Also es ist auch nitpicky und meckern auf relativ erhöhtem Niveau, muss man an der Stelle sagen. So, wie schaut's denn aus, ähm, Theresia, eine Wertung bei Scream 2? Wo rangiert der so? Auch bei vier Sternen oder ein bisschen weniger? Ähm, ja, wenn ich jetzt hoffe, dass ich beim ersten Teil irgendwie bei viereinhalb bleibe, dann würde ich dem wirklich aber auch vier geben. Stewie hat, glaube ich, vier bei Letterboxd gegeben, ne? Genau, vier, aber auch mit Herz. Achso, machst du vieren auch mit Herzen? Ich mache ja auch sogar bei drei manchmal ein Herz dran, muss ich ehrlich sagen. Durchaus, ja. Also, ich finde das immer ganz, ganz, ganz gut. So, zum Beispiel, ein Film, den ich sehr liebe, ist der erste Turtles-Film aus Anfang der 90er. Das ist einfach so auch ein Kindheitsfilm von mir. Den liebe ich einfach heiß und innig, aber den würde ich halt niemals fünf Sterne geben wollen. Ja, das stimmt. Das mache ich aber auch. Also, ich habe auch Filme, die jetzt, die ich jetzt nicht so gut bewertet habe, aber trotzdem, ähm, sind die so ein Herzensfilm. Ja. Ja, ich finde irgendwie Scream 2, bei mir rangiert er so auch auf Platz zwei, weil ich den wirklich, er dreht so das weiter, ist immer, ist wirklich, man ist richtig prall gut unterhalten, Meta ist, wird ein bisschen die Schraube angezogen und gleichzeitig ist so das, das Mitfiebern dabei, ich mag den sehr und ich habe den jetzt beim Rewatch auch nochmal sehr genossen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Theateraspekt damals so berücksichtigt habe und den habe ich jetzt beim letzten Rewatch, ähm, habe ich zum ersten Mal wirklich darauf geachtet, dass, das war mir damals gar nicht so bewusst, dass, dass Sidney da auch irgendwie in dem Bereich ja anscheinend was studiert oder, oder, oder irgendwie da involviert ist und dann diese, diese Theater-Szenerie war für mich damals nur dieses eine Gimmick, wo dann halt Ghostface einmal da irgendwie drauf auftritt, auftritt. Aber dieses Mal habe ich viel mehr auf das geachtet, was sie dann auch an, dann, dass sie so ihren Charakter da irgendwie, äh, anformen kann und ja auch ihr Schauspiellehrer oder ihr Regisseur so ein paar ebenfalls eher Schauspielplattitüden raushalt. Aber wie gesagt, ich bin bei vier Sternen, ich fand den sehr, sehr, immer noch sehr, sehr unterhaltsam, auch beim Rewatch. Der hat vielleicht aus der Reihe am wenigsten gelitten unter den Rewatches. Jetzt gehen wir mal so auf den von Stu ja vorhin schon, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe und meine Antennen ausgefahren habe auf unseren dritten, auf den Abschluss der damals eigentlichen Trilogie, nämlich auf Scream 3. Ähm, das ist ja so ein bisschen, ich hab das auch mit Fragezeiten zwar formuliert, aber es scheint ja doch so ein bisschen das ungeliebte eigentliche Trilogieende zu sein und der IMDb-Score mit 5,6 und der Letterboxd-Gabe vor allen Dingen von 2,9 deuten darauf hin, dass dieses kleine, miese Stiefkind so der Scream-Reihe zu sein scheint. Ähm, von der Synopsis her, äh, wir erleben die Dreharbeiten von Scream 3, beziehungsweise von Step 3, dem Film, im Film und begleiten dort die Crew und haben zu Beginn des Films auch wieder einen, äh, Mord, also die Scream-Reihe muss mit einem Mord beginnen, nämlich Cotton Weary und seine Freundin werden von Ghostface ermordet. Cotton Weary mittlerweile ein Talkshow-Host, der eine etwas kontroverse Talkshow auch leitet. Und ja, das bringt die alte Garde wieder auf den, auf die Bildfläche, denn Dewey ist am Set von Step 3 natürlich so dieser Creative Consultant, würde man schon wahrscheinlich sagen, das heißt, der weiß also, wie das ungefähr stattgefunden hat. Sidney selbst hat sich ein bisschen ins Exil begeben, lebt mit einer anderen Identität und macht Telefonseelsorge, ja und Gale ist halt Gale, ne, das muss man wirklich sagen. Und die neuen Gesichter sind dann, ja, die Crewmitglieder, die teilweise dann die Originale verkörpern. Und so kommt es dann immer wieder zu lustigen Szenen und zu lustigen Begegnungen, dass also die Film-Gayweathers mit der echten Gayweathers zum Beispiel recherchiert. Fangen wir mal doch bei Theresia an, weil die scheint vielleicht nicht so ganz so negativ zu sein, wie es du. Wie ist so deine Meinung zum ersten Einstieg über Scream 3? Wie findest du den? Ja gut, irgendwie gehört es halt irgendwie zur Reihe dazu, dass da, also ich finde, dass es am Anfang immer jemand stirbt, dass es jetzt Kotten zirft und jetzt diesmal nicht nur eine Frau als Sache jetzt einmal ist, dann schon ungewöhnlich, aber wie gesagt, es scheint halt eh zu Leuten, dass jetzt quasi eben aufgeräumt wird und jetzt halt so, dass es jetzt den letzten Überlebenden quasi an den Kragen geht. Ja, was mich halt schon bei dem dritten Teil immer so ein bisschen stört, ist halt dieses Film im Film, diese Film im Film Handlung. Eben auch, dass es dann zwei Gayweathers gibt. Einerseits finde ich es irgendwie witzig und andererseits finde ich es aber auch total nervig. Ja, ich lasse das erstmal so stehen, aber ich nehme das mal mit, so als Diskussionspunkt. Stu, du hast gerade eben ja nicht hinter den Berg gehalten. Du magst Scream 3 nicht so wahnsinnig gerne anscheinend. Ach nee, also so schlimm ist es nicht. Also für mich, das kann ich hier sagen, ist der dritte der Schwächste der Reihe, aber ich finde auch gleichsam, es gibt keinen schlechten Scream-Film. Das, was Theresia jetzt bemerkelt hat, finde ich tatsächlich das Stärkste am Film, dieses Film im Film. Ich finde, dass der Film, Scream 3, aber relativ schlecht darin ist, wenn es um Spannung geht. Also alleine der Kill an Cotton, seiner Freundin, vergleich das mal bitte mit dem ersten oder dem zweiten Teil, das ist halt lahm. Also nicht nur, weil es relativ blutarm ist, das war ja auch der erste Scream, der, glaube ich, Anker auch eine 16er-Fassung bekommen hat. Ja, genau. Aber spannungstechnisch ist da echt sehr wenig drin. Ich muss auch sagen, dass der Film auch relativ öde Kills hat und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, sieht man auch, dass der Film halt mit einer sehr heißen Nadel gestreckt worden ist. Also da sind so ein paar Entscheidungen getroffen worden oder mussten getroffen werden, die vielleicht ein bisschen unglücklich waren. Ich bin auch der Meinung, dass der Killer ist halt wirklich, ganz ehrlich, es ist die Lusche unter den Killern in einem Screen-Franchise. Das funktioniert gar nicht. Es ist ganz nett, Lance Henriksen zu sehen. Es ist auch ganz nett, Jay und Silent Bob mal kurz durchs Bild rennen zu sehen. Ja, keine Frage. Aber wenn ich einen Scream-Rerun mache, da ist ganz klar, auf den dritten Teil freue ich mich am wenigsten. Das ist für mich der Teil, den ich doch aus Nostalgiegründen am meisten verklärt habe über all die Jahre und der jetzt auch im Rewatch bei mir zu diversen Notizen geführt hat, was so auch zum ersten Mal in der Reihe, muss ich ehrlich sagen, so dieses Suspension of Disbelief, dass du manchmal so ein bisschen denkst, das kann eigentlich nicht sein. Also ich selber mag Scream 3 nach wie vor sehr gerne, aber ich weiß, dass das vor allen Dingen daher rührt, dass ich damit nostalgische Gefühle verbinde. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Film, den ich damals auf Premiere World, wie es damals noch hieß, das heutige Sky mir sogar bestellt habe für 6 Euro, um ihn sehen zu können. Denn ich meine nicht, dass wir die VHS aus der Videothek ausgeliehen haben. Das war noch so, ich müsste so Endphase VHS, leichter Beginn DVD sein, aber da waren wir mit DVD noch nicht am Start, sondern noch mit, wir haben uns Filme bei Sky oder beziehungsweise damals bei Premiere World aufgenommen und Scream 3 war einer davon. Für Kino hat es auch bei dem Film nicht gereiht. Ja, ich habe den im Kino geguckt, auch wieder am ersten Wochenende und wir waren aber wirklich alle enttäuscht. Also unsere Meinung nach, der ersten Sichtung aus dem Kino kamen wir und waren wirklich enttäuscht. Wir waren wirklich angepisst. Es hat sich dann über die Jahre halt so ein bisschen gegeben, aber wie ich schon sagte, für mich der Schwächste. Nicht der schlechte, kein schlechter Film, aber der Schwächste. Ja, es ist halt wirklich so eine Abstufung von Teil 1 zu Teil 2 über Teil 3. Ja, okay. Also quasi so eine absteigende Trilogie, was so die Teile angeht. Aber du kannst das Ending irgendwie, du hast jetzt schon mit dem Killer Roman, also dann dem Heath-Bruder von Sydney, der sich dann natürlich als Familienmitglied empuppt und da auch sehr, sehr umständlich erklären muss, wie das denn gekommen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das kann man schlucken und kann auch sagen, ja, okay, ist gekauft. Weil er war es ja eigentlich, der Steward und die dazu gebracht hat. Ja, ja, das ist so. Ja, ist klar. Also es schließt, also ich finde mal, also ich finde jetzt den Handlungsstrahl oder diesen Handlungsbogen, dass es dann so diese Geschichte abschließt und so diesen Bogen eben zu Teil 1 schließt, finde ich persönlich nicht verkehrt und fand ich ja irgendwie logisch. Aber, ja, trotzdem, also wie es du sagst, aus irgendeinem Gründen werde ich auch nicht so wirklich warm mit dem Film, aber wie es du erst sagtest, es gibt eigentlich keinen schlechten Film. Das Problem, was Spectre für 007-Craig-Reihe hatte, wo dann doch rauskam, dass Le Chiffre und Javier Bardemps Bösewicht, dass die am Ende doch alle von Blofeld, also von Christoph Walz gelenkt worden waren. Und das im Nachhinein, das war mein größtes Reveal-Problem. Dass es nun ein Bruder, von dem sie nichts wusste, das habe ich noch halbwegs gekauft, aber dieses Sahne, diese i-Tüpfelchen, das mochte ich nicht. Ich mochte nicht, dass im Endeffekt quasi auch so ein bisschen die Logik aus Teil 1 ein bisschen weggenommen wurde. Denn vorhin hatte ich ja nicht umsonst mal so diesen Aspekt, so willst du eigentlich dann am Ende, äh, willst du, willst du vielleicht am Ende doch einfach abmurksen? Das ist natürlich so im Nachhinein, kann man sich vorstellen, so ja, in Teil 3 wird ja tatsächlich dann gesagt, dass auch Billy von Roman die Info bekam, dass er einen Schuldigen suchte. Aber mal ganz ehrlich, irgendwie scheint doch, ich bin mir nicht so ganz klar, was das Motiv von Roman denn ist, außer dass er Sidney nachtrachtet, ohne dass sie was dafür kann, dass sie halt ein, ein behütetes Familienleben hatte, zumindest in den Grenzen, in denen es, äh, gilt mit einer doch häufig fremdgehenden Mutter. Aber das hab ich, das war so ein bisschen zu viel des Ganzen. Und dennoch, ich finde das für einen Trilogie, also für einen damals gedachten Trilogieabschluss, der auch dann dazu ja von Aaron Kruger geschrieben wurde und nicht von Kevin Williamson, also auch ein Wechsel auf der Autorenbank, die ersten vier Teile hat ja sowieso Wes Craven alle inszeniert, finde ich ihn erstaunlich rund als Trilogieabschluss. Jetzt darfst du es, du. Ja, aber ich finde, du merkst schon, dass der Williamson nicht mehr geschrieben hat. Der hat, glaube ich, den Tradement geschrieben, das wurde, glaube ich, meines Wissens aber nicht benutzt, weil er halt eben mit Dawson's Creek so beschäftigt war. Ähm, dann, äh, ist es ja auch, also ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber es war ja eigentlich geplant, dass zwei Killer wieder waren. Ähm, es gibt ja diese Angelina, die ja von Ghostface gekillt wird und dann so weggezogen wird. Und ursprünglich war der Plan, dass dann rauskommt, die uns stecken unter einer Decke, aber das haben sie dann auch nicht gemacht. Was dem Film auch nicht gut tut, finde ich, ist, dass Neve Campbell aus Termingründen, glaube ich, nur 20 Tage Zeit für den Film hatte. Ähm, und ich glaube, sie hat gerade Wild Things da ruhig gedreht. Und, nee, nee, Quatsch, ähm, in Sachen Mona hieß der Film mit Danny DeVito und Jamie Lee Curtis. Ähm, und da hatte sie halt, ähm, längere Haare. Das heißt, die trägt auch teilweise eine Perücke, was ich finde, man merkt's. Also, äh, also, abgekürzt, ich finde einfach, du merkst, Cameron Williams ist nicht mehr, der fehlt, der, dem seine Stilistik fehlt. Ähm, es gibt mir zu wenig Sidney, die ja eigentlich unglaublich wichtig für diesen Film ist, gerade wenn du zum Schluss diesen Reveal hast, ich bin dein Bruder und ich hab deine Mutter umgebracht, oder unsere Mutter, je nachdem, wie du willst, ja. Ähm, das ist alles okay, aber es reicht mich jetzt nicht vom Stuhl. Es ist so ein, ja, ist okay, und wenn man als Kompletist guckt man das halt gerne, aber ich hab jetzt bei der, bei den ganzen Sichtungen jetzt der Scream-Filme bei Teil 3, muss ich sagen, da bin ich auch mal kurz in die Küche gegangen oder aufs Klo oder hab mal kurz was anderes gemacht, weil der Film mir dann doch zu egal ist. Ich glaube tatsächlich auch, ich kann dir bei jedem anderen Scream-Teil minimum drei Szenen sagen, die ich toll finde. Bei Scream 3 fallen mir Szenen ein, die ich nicht so geil finde, aber keine, wo ich sage, boah, die ist super. Ich würde sogar so weit gehen, dass Scream 3 kein richtiger Horrorfilm mehr ist, sondern es ist eine, fast teilweise hat's, mutet's für mich an wie eine Action-Komödie, weil da finde ich die, die Comedy-Elemente, die teilweise sogar ganz gut funktionieren, da hervorstechen und dann hat er so Szenen dabei, den, den Kill zum Beispiel von dem Dewey-Darsteller im Film, der dann durch eine Explosion und zwar durch eine große Explosion zugrunde geht. Das ist für mich Action-Kino, die aufeinandertreffen zwischen Ghostface und seinen Opfern, die sind schon immer sehr, sehr rasant inszeniert gewesen, aber hier sind sie eher action-rasant, finde ich, weil der hat halt, wie du auch schon sagtest, in Deutschland eine FSK 16, weil der erschreckend unblutig ist. Also der ist schon eher, finde ich, so auf diese Action-Elemente ausgelegt. Also Sydney war für mich gerade immer so interessant, weil sie irgendwie eine sozusagen schwache, starke Figur ist. Also wenn ihr wisst, was ich meine, die, die hatte immer so ihren Rucksack, die hatte immer so ihren Rucksack, aber die war irgendwie doch tough und die, die hat halt auch am Ende Stewie und, und Billy zur Strecke gebracht mit Hilfe, aber die hat dann irgendwie so, so leichte Ripley, Ellen Ripley-Vibes und das war in Teil 2 schon nicht anders. So in Teil 3 liegt sie dann zurückgezogen und dann kriegt sie diese, ist so dieser, diese, dieser Verlust der Mutter auf einmal, finde ich, sehr, sehr stark betont. Und das ist dann natürlich auch irgendwie, wirkt für mich zumindest ein bisschen zu konstruiert und irgendwie ist dann die Figur auch nicht für mich so ganz konsistent. Also ich glaube, wenn ich dann solche traumatischen Erlebnisse anscheinend gehabt habe, die mich so ins Exil bringen mit Neu-Identität, dann könnte sonst was passieren. Ich weiß doch, was passieren soll. Ich soll wieder dahin gelockt werden. Und da kommt auch dann so ein Moment, wo ich dann nicht so ganz, da ist dann meine, das kann nicht sein, äh, Mentalität getriggert geworden, als es dann nämlich darum ging, dass auf einmal der Killer dann doch Sydneys Nummer irgendwie rausgefunden hat. Und dann wird mir das zuerst nicht erklärt, sondern es werden halt wieder so ein paar Pferden gelegt, so der, der von Patrick Dempsey gespielte Cop Kincaid hat dann einmal das Handy von Dewey genommen und kurz danach hat der Killer dann die Nummer von ihr. Und dann kommt auch so eine Erklärung, ja, hast du mal ein manipuliertes Handy? Okay, dann denkst du, ja, okay, wie kann man denn ein Handy manipulieren, dass das auch noch die andere Nummer rauskriegt? Heutzutage geht das sicherlich besser, als es in den, der Film ist ja von 2000, als es so in den End-90ern, Anfang der 2000er ging. Aber geschenkt, wie gesagt, ist ein Horrorfilm, da muss man auch nicht, da darf man bei Scream sowieso manchmal nicht so viel hinterfragen, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, es ist halt, Teil 30a, manchmal, also, wo du dir wirklich wie so eine, wie so eine Detektivgeschichte ein bisschen oberst, wo es halt einfach dann vermehrt eben, diesen Detective Mark Hinkert eben mit dabei, der halt dann immer, die versuchen da wirklich irgendwie kriminalistisch heranzugehen, wer jetzt dieser Mörder sein könnte, wer hat ein Motiv, wer ist es und so weiter und decken halt nebenbei diese ganze Hollywood-Scheinwelt auf und eben den Hintergrund von Sidney's Mutter, dass die da eben auch in Hollywood gewesen ist und schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also, es hat dann, ja, eben mehr sowas Kriminalistisches als Horror-Elemente. Ich finde ja auch, dass die Auflösung auch irgendwie nichts Befriedigendes hat. Also, ich weiß noch, so bei 1 und 2, da war es so, oh, jetzt kommt der große Reveal, wer ist es und oh, okay, hätte ich nicht mit gerechnet und bei Teil 3, weiß ich noch, ich saß im Kino und dachte mir so, ja, okay, mach weiter, mir egal. Ja, ich finde, das Konstruierte merkst du halt auch da, dass so, ich glaube, so nach 70 Minuten biegt der Film schon so in Richtung Showdown ab und du brauchst eigentlich noch, also du hättest auch erstens das vorherige sehr viel smarter kürzen können und dann ist das viel zu lang, was da am Ende passiert. Also, es ist ja nicht so wie im ersten Teil, wo irgendwie nach, ich glaube, das geht ja knapp, der dritte Akt quasi eine Stunde, ist zumindest sehr, sehr lang und irgendwie hat das auch beim Dreh relativ lange gedauert. Aber hier ist das so unnötig aufgebläht, dann ist das, ich meine, man muss jetzt mal, der Typi, also Sydney ist gerade auf der Polizeiwache und da sind tausend Polizisten gefühlt und der Killer sagt nichts anderes als, du musst jetzt kommen und du hast keinem was voran, sonst schlitze ich die auf. Aber wie will er es überprüfen? Also, die kann doch einfach einen Zettel hinlegen, ich fahre jetzt da hin, da ist der Killer und er würde und könnte es nicht sehen. Das ist dann, ne, ich weiß, Scream ist smart, aber nicht überklug und will auch nicht klüger sein, als er ist, was viele ihm ja manchmal vorwerfen, aber es ist so der Moment, das kaufe ich einfach nicht und das wirkt dann für mich zu sehr auf so einen auch eher Actionfilm an, oder zumindest vom Actionfilm angehauchten Showdown hinaus. Und dann, ey, das muss man wirklich mal sagen, so in Sachen schlecht gealtert, ich finde, das hat ja einen richtig faden Beigeschmack, diese, also dieser Lance Hendrickson, John Milton Charakter soll ja so ein bisschen, glaube ich, Roger Corman Pate sein, der dann aber so, ja, wenn man sich so 23 das anschaut und dann sagt er so Sachen wie, wenn du in Hollywood Karriere machen willst, musst du nach den Regeln mitspielen oder nach Hause gehen, im Zusammenhang mit Sydneys Mutter, die dann wohl auf einer von seinen berühmt-berüchtigten Partys so als Frauenware rumgereicht wurde und dann auch so Sätze kommen, sie hat, wurde zu nichts gezwungen, was sie, oder es ist nichts passiert, was sie herausgefordert, was sie nicht herausgefordert hätte. Ich meine, der Film ist von Myra Max produziert, die Weinsteins waren damals die Bosse von Myra Max und du hast so im Nachhinein das Gefühl, das ist echt eklig. Und vor allem dieser Milton ist halt, also Lance Hendrickson, okay, cool, aber er wird ja auch so, stirbt ja immer, der wird die Kehle aufgeschnitten, das ist, glaube ich, der letzte Kehle von Roman, meine ich, ne? Ja, doch, doch, der bringt ihn schon um, ja, ja. Der schönste Moment im ganzen Film, als er sagt, du kriegst alles von mir, Roman, das Budget, du schaffst alles bestimmt, den Final Cut, ja, mein Stichwort, und zack kommt der Cut, das war schon, das ist meine Lieblingsseite aus dem Dritten. Also, diesmal, da war ich auch so überrascht, wie kalt mich das lässt, da hätte ich auch gedacht, da kommt ein bisschen was Größeres aus, aber wie gesagt, Final Cut-Gag und das war's, aber, ja, ich, ich glaube, ich sollte aufhören, mit euch über Scream 3 zu reden, denn bei der letzten Sichtung dachte ich mir halt so, boah, der ist halt okay, ne? Also, das ist sogar ganz nett, aber je länger wir über den reden, desto mehr merke ich so, boah, nee, ich glaube, der ist einfach nicht gut. Macht mir meinen Scream 3 nicht kaputt. Ich? Ja, das macht der Film selber, finde ich, so ein bisschen. Was ich ganz lustig finde, sind so, sind so die kleinen Anspieler, also erstmal finde ich, ich glaube, Parker Poe, sie spielt ab sich so scheiße, also es ist wirklich, sie spielt ja richtig, richtig schlecht, aber ich glaube, sie soll auch so spielen, und das finde ich, finde ich wirklich amüsant zu sehen, und dann sind so die kleinen Anspieler, die ich ganz lustig finde, wenn dann irgendwie Roman von dem Partner von King Kate auf die Wache gebracht werden soll und ihn quasi so, das erklärt mit dem, das ist jetzt die Szene, wo sie aufs Revier mitkommen müssen, das finde ich schon ganz lustig. Aber der Rest ist, ich kann Cotton als Talkshow-Host, kann ich überhaupt nicht kaufen. Ja gut, aber so viel siehst du ja von ihm ja auch nicht. Ja, wobei, das finde ich trotzdem ein bisschen schade, dass der dann da stirbt, weil es war so im zweiten Teil so der, so der Held irgendwie und, und so weiter, und dann kriegt er hier so ein schnelles Ende. Nicht zu vergessen, dass sie im dritten Teil ja auch diesen Voice Changer nochmal auf Stufe zwölf drehen, weil jetzt kann man ja auch irgendwie jede Stimme nachmachen mit dem Ding, ne? Er hat unsere Stimme. Ja. Ja. Dewey nervt mich ein bisschen. Wo er nachher auch nie wieder benutzt wird, dieser Voice Changer. Mhm. Ja. Dewey nervt dich, hast du gesagt? Dewey nervt mich ein bisschen. Es sind vor allen Dingen David Arquettes Augenbrauen, die er nicht ganz kontrollieren kann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nee, also ich liebe Dewey, ich mag an Dewey einfach dieses Trottelige und dass er aber auch von Mal zu Mal immer ein bisschen erwachsen und reifer wird und was wir noch gar nicht angesprochen haben, es ist ja, ich will es nicht die Running Gag bezeichnen, aber es ist ja wirklich so, dass der arme Dewey in jedem Teil, glaube ich, echt abgesäbelt wird mehrfach. Man denkt jetzt mal, oh Gott, er ist tot und dann endet es immer damit, dass die letzte Szene, dass sie ihn irgendwie noch ins Krankenhaus bringen und er überlebt und jedes Mal ist er mehr gezeichnet. Also gerade in Scream 2 gibt es ja diese, wie ich finde, sehr schöne, spannende Szene in diesem Tonstudio. Oh ja. Also der tut mir echt leid, weswegen mir eine Szene in Teil 5 halt wirklich, wirklich betut, aber dazu später mehr. Ja. Ich fand das nett nochmal, also du merkst irgendwie auch, das ist so der MTV Scream, weil da ist irgendwie Jenny McCarthy mit dabei, was auch immer die da im Film zu suchen hat. Wieso? Ich merke schon. Also ich rate jetzt mal Bewertung, du drei Sterne? Ja, ohne Herz. Und Theresia? Bei mir dritter Teil drei Sterne. Ja, bei mir kommt er noch am positivsten weg, ich würde ihm dreieinhalb geben. Ich finde ihn in einigen Szenen recht rollig. Ich mag irgendwie diese, die Momente, wo Sidney noch bei sich im Exil wohnt und dann irgendwie so Träume hat. Da merkst du so, da wird oft gedeiht, der hat nochmal versucht in diesen, wie ich schon sagte, eher Action-Comedien-Filmen Horror-Elemente reinzubringen. Funktioniert für mich nicht. Was ich wirklich geil finde, ist das mit dem Film im Film. Ich mag auch Randys, ja, Cameo kann man ja nicht sagen, aber dass er quasi nochmal uns die Trilogie-Regeln mit auf den Weg gibt. Ich mag den Carrie Fisher Cameo auch sehr gerne, aber der Rest, ich glaube, ich komme auch wirklich ganz schwer über diesen John Milton, über diesen Monolog, den er da hält drüber hinweg. Der ist schon hart. Machen wir einen Deckel drauf auf Scream 3 und kommen zur sehr, sehr späten vierten Fortsetzung oder dritten Fortsetzung, nämlich Scream 4 aus dem Jahre 2011, wenn ich mich nicht irre, wieder unter der Regie von Wes Craven entstanden und wiederum dann geschrieben von Kevin Williamson und der Original-Cast, die Original, oder das Original-Trio von Neve Campbell, Kourtney Cox und Dewey ist wieder dabei. Worum geht's? Es sind zehn Jahre vergangen seit den letzten Morden und das muss man natürlich feiern, denn was macht man, wenn man sowas erlebt hat wie Sidney? Man ist dann nicht mehr traumatisiert, denn am Ende von Teil 3 lässt sie ja sogar ihre Tür auf. Nein, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben und Gail nachgeeifert. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Gassenhauer, sodass sie auf Lise-Tour geht und natürlich auch nach Woodsboro kommt und ja, wie das so ist in so einer Stadt, in der mal diverse Morde passiert sind. Natürlich wird gefeiert, indem Ghostface-Dinge oder Ghostface-Verkleidung über den Laternen und Zaunpfahlen hängen und eine neue Clique von Jugendlichen dabei ist und Dewey mittlerweile der Sheriff im Town ist und mit Gail verheiratet ist. Es könnte alles so schön sein, wenn nicht die ersten Morde in der Öffnungssequenz wieder mal erfolgen und wieder Ghostface sein Unwesen treibt. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich weiß es gar nicht. Top. Top. Denn ich finde, Scream 4, das schicke ich mal vorweg, ist für mich wirklich fast schon eine zu späte Fortsetzung. Aber das behalte ich jetzt mal als These hier und frage mal Theresia, was kannst du mit Scream 4 anfangen? Dazu muss ich jetzt aber gestehen, dass ich Scream 4 erst einmal gesehen habe. Von daher, und das ist auch schon etwas her, von daher habe ich den jetzt gar nicht mehr so präsent im Kopf. Ich habe mich damals, glaube ich, schon auch gefragt, okay, warum gibt es jetzt nochmal eine Fortsetzung nach so vielen Jahren, weil man eigentlich halt sagen hätte können, okay, so nach Teil 3, Deckel drauf, ist erledigt. Und per se, als ich den Film gesehen habe, fand ich ihn aber dann gar nicht so verkehrt oder so schlecht. Fand es halt dann interessant, weil dann Sidnes Familie so in den Vordergrund gerückt ist, weil jetzt quasi, es gehen die Morde wieder los, aber du hast schon so ein bisschen diesen angedeuteten Generationenwechsel. Also jetzt hat halt nicht Sidney ihre Clique, sondern eben ihre Cousine hat dann eben auch so die Clique, wo dann, glaube ich, alle die ganzen Morde passieren. Habe mir vielleicht damals gedacht, dass es dann los, dass es dann losgeht, es gibt eine neue, es gibt neue Filme, aber es war dann auch nur so ein Einmalfilm. Ja, also ich fürchte, da hat wirklich der ausbleibende Kassenerfolg bei doch etwas von Horrofen zumindest höherem Budget sein Übriges getan. Wie ist es bei dir, ist du? Ich glaube, du hast ein Herz für Screen 4, oder? Ja. Oh. Okay. Also, wie soll ich sagen, ich habe mich natürlich tierisch darauf gefreut damals. Ich war auch im Kino und das war so einer dieser Filmstarts, wo man auch wirklich hingefiebert hat und ich war am Starttag auch drin und habe Freunde mitgenommen und ich war so froh, dass der auch wieder von Wes Craven gedreht wurde, das war ja sein letzter Film, dann hatte er leider diesen Gehirntumor, an dem er dann leider gestorben ist, Kevin William ist auch wieder als Skript mit dabei, also ich war froh, als er rausgekommen ist und ich finde ihn auch gut, der ist aber halt, muss man sagen, Meta, 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 Meta. Also, beim ersten Scream, den kann man auch gucken, ohne diese Meta-Ebene wahrzunehmen oder ohne sie zu beachten. Beim zweiten, ja. Beim dritten, ja, wird schon schwieriger. Aber der vierte, allein der Anfang, also ich habe, der Anfang, ich bin mir echt unsicher, was ich davon halten soll. Soll ich das lustig finden, denn ich fand es schon ganz amüsant oder soll ich es einfach too much finden, weil es ist ja wirklich Meter über Meter über Meter, es ist ja wirklich Film im Film im Film im Film, das dafür sorgt, dass ich wirklich kopfkratzend jetzt bei der letzten Sichtung da saß und wirklich, ich wusste nicht mehr weiter, wie soll ich das finden? Es gibt halt, weil es gibt genauso viele positive wie negative Sachen, also was den Anfang angeht. Ansonsten finde ich, ist der gut. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich finde, man merkt auch da wieder, dass es so ein Zeitgeist-Ding ist. Gerade was die Gewalt angeht, ich finde zum Beispiel, dass der eine Sechzehner bekommen hat, Uncut, finde ich echt krass. Ja. Weil der ist wirklich brutal, ähm, legendär, sag ich mal, ist ja schon die Szene, wenn dann diese eine Leiche da auf dem Bett liegt und du siehst halt die Gedärme wirklich rausquellen. Bei Steve in Teil 1 gab es das auch oder bei Casey, aber es waren halt wirklich Bruchteil einer Sekunde. Da siehst du es wirklich echt lange und ich meine, mich erinnern zu können, dass Wes Craven ja nie wirklich Fan von Gewalt war, beziehungsweise von so Torture-Porn-Sachen und ich finde, dass sie das schon sehr deutlich machen. Es gibt wirklich ganz viele Szenen und auch Kills in dem Scream 4, wo ich merke, dass das, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, als hätte es damals nicht gegeben. Wie zum Beispiel Schuss direkt in die Eier und dann ausbluten lassen oder solche Sachen. Ähm, da ist schon eine Art Sadismus drin. Ghostface war immer auch sadist und hat auch mit seinen Opfern gespielt, gar keine Frage, aber diese beiden Killer, diese, diese, diese Jill und Charlie, sie waren echt sadistisch. Und man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, der Body-Count ist auch extrem hoch, also selbst ohne dieses Meta-Anfang-Ding da, aber da sterben ja auch zum Beispiel so zwei Cops, die werden ja auch regelrecht massakriert, also ich bin da hin und her gerissen, trotz allem gucke ich mir lieber nochmal Scream 4 jetzt an, als Scream 3. Also Scream 4 macht mir dann doch ein bisschen mehr Spaß. lustigerweise ist der für mich, äh, der einzige Fremdkörper in dieser Filmreihe. Ähm, erstmal auch von dir dieses Meta-Meta ist schon, ist schon krass, also das muss man schon echt am Anfang, als ich dir das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, was soll das? Ähm, ich habe das nicht verstanden, was mir, genau wie du, ist das jetzt lustig gemeint oder ist das, ist das so ein Spiel wieder mit den Zuschauern? Hm. Vor allem, Entschuldigung, aber was mich am meisten stört ist, dass dann der eigentliche, der richtige Kill überhaupt nicht mehr, keine Dringlichkeit mehr besitzt. Nö. Also der reiht sich halt so ein in diesen ganzen anderen Schlons, den man dann am Anfang sieht, aber du, wenn ich jetzt wirklich fragen würde, sag mal, wie ist der Kill, der Anfangskill in Scream 4? Okay, du wirst es gar nicht mehr wissen, weil am Anfang irgendwie fünf, sechs Leute sterben, die aber gar nicht zur Handlung dazu zählen. Du hast das Gefühl, da sollen auch ein paar Kamios untergebracht werden, ich glaube, Christian Bale, Bale ist ja dabei, Anna Paquin ist dabei, die sollen sich ein bisschen, also der zweite ist dann auch wirklich, wo sie nicht aufhört zu reden und du hast das Gefühl, das ist ja, es ist ja gut jetzt, also und dann, nee, also ich weiß nicht, das habe ich als Frage formuliert. Und kauft ihr diese Ausgangslage von Woodsboro, also das da, wo Jugendliche ums Leben, nee, aus dem Leben geschieden sind, weil sie jemanden umgebracht hat. Glaubt ihr, dass in so einem Tag, so ein Jahrestag gefeiert wird mit, wir laden jetzt die Überlebende zu einer Buchlesung ein und wir erlauben aber gleichzeitig Ghostface-Verkleidung, die drüber gehängt werden und einen Stabberton, der natürlich irgendwie so, das weiß ich auch, das ist nicht so ganz offiziell, aber es ist so eine große Veranstaltung, die könnte man ja auch in so einer kleineren Stadt wie Woodsboro kaum übersehen würde. Thelisa, kaufst du das oder sagst du, das ist irgendwie too much? Es ist mir zu viel. Also ich sehe es ja noch ein, dass die meinetwegen Sydney einladen, dass die da ihre Lesung hält, weil sie das Ganze vor 15 Jahren überlebt hat. Aber dass man dann, wie jetzt, keine Ahnung, zu Weihnachten den Ort dekoriert mit diesen Masken so quasi, also für mich ist ja dann so eine Dekoration heute eher irgendwas, also was Bewundernswertes und ich finde es nicht, dass man das bewundern sollte. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass man da dann die Stadt so dekoriert. Ich kann das nicht kaufen, das muss ich ehrlich sagen. Und dann kommt bei mir noch hinzu, dass da dieser, neben dem Anfang dieses Meta-Gespräch zwischen dem, einem Kalkenbruder, also dem zweiten Killer und seinem Kumpel, wo sie dann über Remakes sprechen, da habe ich nie ganz verstanden, weil für mich ist Scream 4 kein Remake. Und deswegen habe ich das, finde ich, wird das echt aufgesetzt. Weil sie halt wieder nach Woodsboro zurückkehren. Ich glaube, das ist das, was sie mit Remake meinen. Und das war ja auch wirklich die Zeit, da kam das Nightmare on Elm Street Remake, das Texas Channel's The Massacre Remake. Ich glaube, das war auch die Zeit von Rob Zombie's Halloween Remake. Zwei wirklich die Phase, wo kein Horror-Klassiker so wirklich sicher war vom Remake. Vielleicht hat Wes Scream auch gesagt, deswegen, komm Kevin, schreib mir mal ein Skript, bevor wir das andere machen, machen wir jetzt unser eigenes Remake. Möglich. Ja. Ich muss aber sagen, ich kaufe das. Tatsächlich. Mit diesem Stabaton und einem Pipapo. Ich habe damit nicht so große Probleme. Ich meine, guck dir die letzten Halloween-Filme an, da war es ja auch so, da hat irgendwie vor 50 Jahren ein Typ drei Leute umgebracht und die sind immer noch 50 Jahre später nicht drumherum hinweg, die ganze Stadt. Da finde ich es tatsächlich realistischer, wie es bei Scream 4 gezeigt wird, denn die Leute, die das feiern, sind halt hauptsächlich Teenager und Teenager sind halt dumm und scheiße. Es ist halt einfach so. Das hast du ja schon vor einem Jahr gesagt, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Das ist konsistent bei dir. Ja. Was ich gerne rüber... Wahrheit, das Wahrheit. Ja, das stimmt. Was der Film wirklich ganz konsequent macht, ist, dass er für so ein paar Figuren eine Fährte legt und sie in der nächsten Szene kaputt macht, weil sie umgebracht werden. Das finde ich, fand ich sehr bemerkenswert. Das ist mir jetzt beim... Ich hab den zum ersten Mal letztes Jahr vor Scream 5 gesehen. Ich kannte den vorher gar nicht. Also den hab ich wirklich ein paar Jahre wegignoriert, weil ich immer dachte, das kann ja nichts werden. Und dann hab ich mir den doch mal natürlich vor dem Legacy-Sequel-Requel Scream 5 angeguckt. Und beim ersten Mal fand ich den, ja, echt gut. Jetzt beim Rewatch, hm, da hat der schon sehr gelitten, muss ich sagen. Der macht ja auch so ein Top Gun Maverick-Ding, dass er so ein zweites Ende hinten dran klatscht. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, was du schon erwähnt hast, ne? Also wir haben ja schon revealed, am Ende wieder zwei Killer diesmal. Also man bleibt wieder bei seinen Leisten dieser Reihe. Und es ist dann Jill's Cousine, äh, Jill's Cousine, Sidney's Cousine Jill. Und sie überlebt ja tatsächlich erstmal, äh, genauso wie Sidney, die aber auch schwer gezeichnet ist. Wie sie alle irgendwie auch schwer gezeichnet sind. Jill tut aber auch alles dafür, dass sie es vielleicht nicht überlebt. Richtig. Und, äh, auch da, das macht übrigens nur Teil 2, glaub ich, nicht, dass er eine Fährte legt, äh, die in die Irre führt. Nämlich, dass, dass, dass der eigentliche Killer verwundet wird. Also in 1 ist es Billy, der ja vermeintlich schon mal tot ist. In 3 ist, äh, Roman ja einmal hat sich selber rausgenommen, indem er da tot im Sarg liegt. Und in Teil 4... Dämliche Szene. Sorry, aber diese Szene regt mich jedes Mal auf. Sie checkt den Puls. Ja, äh, das wird ja auch nicht erklärt. Also da ist wie, der dritte, da musst du halt wirklich, das unterscheidet dann Aaron Kruger auch ein bisschen von Kevin Williamson. Das ist halt nicht so ganz smart geschrieben, sondern es ist smart gedacht. So, hier, guck mal, wie clever ich bin, aber bitte überprüft mich nicht. Also, bitte nicht nachschauen. So ähnlich wie Michael Bay und Armageddon, wenn Ben Affleck fragt, warum bringen denn die Bohrer nicht den Astronauten das Bohren bei? Und Michael Bay soll ja nur gesagt haben, shut the fuck up. Also, passt irgendwie hier auch, muss ich sagen. Ähm, aber hier auch die Fährte. Jill bekommt ja gleich im, 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 in der ersten Begegnung mit, mit Ghostface bekommt sie irgendwie was am Arm und das wirkt relativ glaubhaft. Also, es wird wirklich sehr, sehr gut getarnt. Äh, wenn man so beim zweiten Mal guckt, sind einige Figuren halt sehr, sehr lange weg und kommen ganz schnell wieder nach einem Kill. Da muss man ein bisschen schlucken, finde ich. Ich kann mit dem Herdegrad nicht so viel anfangen. Ich weiß, das ist Zeitgeist. Das wird ja auch im Film über die Saw-Reihe gelästert. Und dann macht man's irgendwie, das ist vielleicht so die, 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 die größte Schwäche von Scream an sich. Nicht vergessen, Courtney Cox Frisur. Dieses Pony-Ding da. Furchtbar. Oh Gott. Ja. Ja, aber sie ist doch zum ersten Mal mit Dewey mal am Anfang. Also, sie machen ja, sie machen ja wirklich in 1 bis 3 das Jurassic World-Ding, dass sie irgendwie die beiden Charaktere, die eigentlich aufeinander oder zueinander gehören, ja aufeinander dann wahrscheinlich auch, aber zu mal, dass sie die, dass sie die zweimal auseinander bringen und dann wieder echt, sie sind ja so schnell wieder zusammen und jetzt sind sie dann endlich mal verheiratet. Man merkt zwar, dass Jill, sag ich schon, dass Gale ein bisschen struggelt mit ihrer neuen Rolle als Frau des Deputies und als Kleinstadt-Hausfrauchen mit Ambitionen zum Schreiben, aber ich mochte das mal ganz gern, dass man da sich jetzt auf was verlassen konnte. Umso, weiß ich nicht, das ist vielleicht eine der Schwächen vom fünften Teil, dass das wieder genau andersrum gemacht wurde. Weil es auch so, es führt zu so einer Meta-Meta-Serie, die ich richtig lustig fand, wenn dann irgendwie die Agentin von Sydney erzählt, also dass sie im Film zusammen sind, das glaubt man ja, aber in echt glaubt man das nie, dass sie beide verheiratet sind und ich weiß nicht mehr, ob es zeitlich zusammenpasst, aber ich meine, das war so auch die Phase, in der sich Courtney Cox und David Arquette getrennt haben oder auch schon getrennt waren. Das ist natürlich, sie guckt sie auch so einmal an, ne? Das ist das Lustige, dass sie, wenn sie, man kann sich das einfach merken, wenn sie in dem Film zusammen sind, sind sie eigentlich getrennt. Also Respekt auf, hat jemand von euch die Doku gesehen, You Cannot Kill David Arquette? Ja. Da merkt man auch, dass die noch ein recht gutes Verhältnis haben, ne? Das ist, finde ich, sehr, sehr schön mal zu sehen, dass das nicht irgendwie die übliche Scheidungsschlacht gewesen zu sein scheint, sondern dass man sich relativ vernünftig getrennt hat, was bei David Arquette irgendwie verwundert, weil da irgendwie noch so ein Kind im erwachsenen Körper zu sein scheint. Ich finde aber, ich möchte was Positives über Scream 4 auch sagen. Immer gerne. Ich finde das Finale im Krankenhaus irgendwie befriedigend, weil Stu bekommt einen Fernseher auf die Böhren, okay, ja? Ja, Billy wird erschossen, Mickey wird erschossen, die meisten werden einmal erschossen. Ich finde, wie Jill stirbt, ist schön. Also, schön ist jetzt das falsche Wort, aber das behält man sich. Das hat was nicht Ikonografisches, aber das ist einfach ein schöner Kill. Schön mit dem Defibrillator an die Rübe und zack. Weil Jill ja auch wirklich ein Geass ist. Ja. Da kann man ja auch sagen, da kommt dieser Remake-Charakter ja auch durchaus raus, weil sie ja auch Charlies Tod in Kauf nimmt, ne? Das ist ja ganz recht. Ähnlich eben wie Stuart und Billy. Und ich finde es sehr schön, wenn sie da halt eben liegt. Sie hat also überlebt und verkauft sich halt so als Opfer und dann erfährt sie, verdammt, meine Cousine, die lebt ja noch. Scheiße, genau. So blöd. Mensch. Ich bin ja gar nicht alleine. Es war eigentlich geplant, dass der Film dann aufhört. Und dann sollte in Scream 5 es so sein, dass Sidney Amnesie hat, so ist das Thema Seifenoper, und dann wieder versuchen muss, sich zu erinnern. Währenddessen Jill versucht, weiter ihre Spuren zu verschleiern und ihn weitermordet. Und das haben sie aber jetzt nicht umgesetzt, was ganz gut war, weil Scream 4 ja nicht so der Hit war am Box-Office. Deswegen ist es nochmal lange gedauert, bis halt eben jetzt der fünfte Teil kam. Und ich finde das so schön, diese Szene im Krankenhaus, so ganz klassisch, so Dewey befragt Gail und Gail sagt so, aber sie weiß doch gar nicht, dass ich eine Verletzung an der Schulter habe. Und dann, oh mein Gott. Und dann kommst du zu diesem, ja, Kampf zwischen Sidney und Jill, wo man sich auch fragt, wo sind gerade alle Leute in diesem Krankenhaus? Aber das ist eine ähnliche, du darfst in dieser Reihe nicht so häufig das so ganz hinterfragen. Ja klar, du, das ist kein Kritikpunkt, aber es macht Spaß, drüber nachzudecken. Ich würde das nie als Kritikpunkt ansehen, dass da jetzt plötzlich das Krankenhaus viel verlassen ist, ne? Gar keine Frage. Aber es ist schon lustig. So nach dem Motto, ja, ich glaube, wir können jetzt gehen. Ja, mach mal ein Feierabend jetzt. Ja, genau. Ich meine, Kino-Publikum ist in Amerika noch wilder und grausamer, aber da muss so in Teil zwei schon wirklich, alter Verwalter, die sitzen da eng auf eng und er sieht nicht und merkt nicht, dass da neben ihm mehrmals auf eine Frau eingestochen wird. Und naja, und da ist dann Teil vier wahrscheinlich ähnlich so in dieser Toleranz von dem, was man der Reihe zutrauen kann. Ich sage auch noch was Positives, ich finde das ja cool, wie viele bekannte Gesichter da drin sind, ne? Also. Ich war total überrascht, dass der Alison Brie mitspielt, das habe ich total vergessen. Das, also, ich meine so, die alten Gesichter, da hast du Hayden Penetier, da hast du Emma Roberts, finde ich, die als Jill auch echt überzeugen kann. Also, und ich, den kleinen Kalken, ich glaube, es ist Rory Kalken, ne? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist Rory Kalken. Es ist, wir sind uns sicher, es ist nicht McCauley. Das wissen wir auf 100 Prozent. Ist das richtig? Weil der konnte in das zweite Gesicht nicht so einen guten Bösewicht spielen, was seinem Alter damals geschuldet worden war. Aber ich finde, Rory Kalken, von Anfang an fand ich den irgendwie creepy und das war schon ganz cool. Wäre so ein bisschen lustig, also, dass dieses Cop-Duo da aus Adam Brody und Anthony Anderson, dass das so schnell rausgeschrieben wird, ne? Ja, aber die Kills sind echt garstig, finde ich. Also, das tat mir echt leid und ich hatte immer so das Gefühl, dass das vielleicht Jill es war, weil ich finde, Jill als Killerin, die wirkte immer so sadistischer als Charlie. Charlie war so, nicht nett, aber der war so, ich töte mal jetzt ein paar Leute, aber Jill hat dieses sadistische, dieses garstige, dieses böse irgendwie, das gefällt mir ganz gut. Hier hat er diesen perfiden Plan, das siehst du ja schon, wie die sich nachher selber verletzt. Also, die schmeißt sich da gegen die Wand und gegen den Glastisch. Also, die Szene finde ich, also, das ist, glaube ich, wirklich so die einzige Szene, wo ich nur so im Kopf habe, weil ich das echt heftig fand, was die alles getan hat und mit welcher Wucht. Also, die ist gegen die Steinmauer, Knuffer und Wahnsinn. Und der Film hat auch einen Kill, den habe ich vergessen, aber ich dachte mir, der ist eigentlich ziemlich, in Anführungszeichen, clever, wenn nämlich die Tante da stirbt. Ja, genau, der Briefkastenschlitz, wo ich dachte, ja, stimmt eigentlich, das ist eigentlich total clever, also, weil ich glaube, tatsächlich, die anderen Ghostface hätten dann irgendwie gegen die Tür getreten, hätten versucht, irgendwie reinzukommen und der, dieser Ghostface, ich weiß nicht, ob es Charlie oder Jill war, der hat sich auch nur rum, zack. Guck mal, du hast ein Brieflitz. Ja, gleichzeitig sehr humorvoll, also, ich habe da sehr gelacht, vor allem beim zweiten Mal. Ja, aber die von Tres ja gerade sehr gut beschriebene Szene, wie sich Jill selber verletzt, es ist, oh, es tut wirklich körperlich wie, ich musste auch wirklich, ich glaube, ich habe die Augen sehr weit zugekniffen, als ich das gesehen habe. Ach, immer diese Borderliner, schlimm. Ja. Der kommt ja, was den Score angeht, sogar relativ gut weg, also 6,2 bei der IMDb, 3,4 bei Letterboxd. Und, äh, würdet ihr den als unterschätztes Sequel bezeichnest du, oder eher nicht? Oh, boah, unterschätzt, uff, gut. Also, er ist auf jeden Fall eine Aufwertung, wie ich finde. Das auf jeden Fall. Also, im Vergleich jetzt zum, äh, zum dritten Teil, aber über, und, 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 ach nee, ich würde einfach sagen, der ist gut. Ja, ich glaube, den kommt man sich schon... Ich habe den, glaube ich, punktuell genauso viel gegeben wie dem dritten Teil, ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich den Müh besser fand, als den dritten. Theresia, bist du davor? Der ist, ja, der ist, glaube ich, nicht so schlecht, als, äh, wie vielleicht sein Ruf gilt. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, der, der hätte jetzt auch gesagt, dass der einen Ticken besser ist wie Teil 3. Aber wie gesagt, ich habe, ich glaube, ich muss jetzt echt über das Wochenende die Film.io schauen, ich wollte lustig Film.io zum Schauen. Tut mir leid. Ja, ist gut, das, hoffentlich geht es nicht nur dir so, sondern auch viel. Vielen unserer HörerInnen, die nochmal reinschauen wollen. Ein kleiner Tipp, ähm, den vierten Teil gibt es aktuell umsonst bei FreeReads. Richtig. Wir haben Werbenunterbrechungen, aber das geht relativ klar. Also, ich habe den da auch geguckt und das war nicht so störend. Genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Also, die ersten drei kriegt ihr bei Paramount Plus, ähm, da sind sie mittlerweile oder momentan im Abo drin. Bei Sky auch. Den fünften ebenfalls. Also, ihr könnt die tatsächlich alle, äh, wenn ihr sie nicht physisch im Regal stehen habt, könnt ihr sie alle momentan auf, äh, Streaming-Anbietern gucken. Ich glaube, Paramount Plus ist die ersten sieben Tage auch kostenlos. Da kann man also nochmal reinschauen. Und FreeRead, ich muss, ich weiß nicht, wie es dir ging, ist auch nicht ganz unser Thema, aber ich fand das jetzt nicht unangenehm, dass ab und zu mal, ich glaube, maximal eine Minute Werbung war und dann war es meistens auch für irgendwelche FreeRead-Eigenproduktionen, ne? Ja, ich muss sogar sagen, ein Beschwerde machen, denn bei einer Werbung sagt, oh, ich gehe mal kurz aufs Klo und als ich wiederkam, lief der Film schon. Perfekt. Es passt doch. Es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Passend, ja. Dann hat es tatsächlich nochmal eine ganze Weile gedauert, nämlich zwölf Jahre, bis wir im letzten Jahr, ja fast um diese Zeit, unseren Cast zu Scream 5 gemacht haben. Da wart ihr damals in der Presseverführung und habt mir quasi den Mund wässrig geredet, wie cool dieser Film ist, der dann auch beim Kritiker-Echo so, hm, so zwischen den Stühlen ein bisschen ankommt. Vom Score her ist er tatsächlich fast, äh, Identity ist auch schön, Identity, äh, Identity mit dem vierten Teil, hat eine IMDb-Wertung von 6,3 im Durchschnitt und ein Letterboxd ebenfalls von 3,4 und ist so, ja, das Legacy-Sequel, äh, Reboot-Quill, Requel und irgendwo dazwischen ist der erste Film aus der Reihe, der tatsächlich leider nicht mehr von Wes Craven stammen kann, weil Wes Craven, wie du schon richtig sagst, an einem Gehirntumor leider verstorben ist. Ähm, und dementsprechend hoch war auch die Skepsis, denn es übernehmen das Ruder oder übernahm das Ruder die Macher von der Horror-Komödie Ready or Not, ein Regie-Du, ähm, und, äh, gleichzeitig auch, äh, neue Autoren, also der mir doch durch vor allen Dingen, äh, White House Down sehr, sehr, äh, wohlgegangen, also ich mag ihn sehr gerne, James Vanderbilt hat den geschrieben, zusammen mit Guy Busiek und Guy Busiek hat er, glaube ich, auch mit den beiden Regisseuren, Betty Nelly Alpen und Tyler Gillette, hat er, glaube ich, auch Radio Not geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die bezeichnen sich auch gerne als Film-Kollektiv Radio Silence, deswegen steht, glaube ich, im Abspann von Scream 5 auch, äh, Film bei Radio Silence. Ich meine mich auch zu erinnern. Ja, und man hatte so ein bisschen Angst, äh, was das wohl mit, 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 der, der Zeitspanne zwischen dem Original und diesem Legacy-Sequel, wie wir das ja auch im Film erst quasi lernen, wie es heißen soll. Ähm, wir sind wieder in Woodsboro, äh, wieder taucht ein Murder auf, der allerdings in der Öffnungsszene eine, eine, ein junges Mädchen nur schwer, na, was heißt nur, schwer verletzt, wie auch immer diese Person das überleben konnte. Ja, aber ganz ehrlich, was diese, ja, was diese General Tigger da einsteckt, also holler die, weil wir, also, äh, ganz ehrlich, ich, ich glaube, das war eines der ersten Sachen, die, die, über die ich Theresa informiert habe, Theresa, der Film ist halt ultra brutal und wir waren uns beide dann einig, der müsste eigentlich eine 18er bekommen und dann kam die FSK raus, ja, ab 16 und dann dachten wir, und ich hab tatsächlich dann nochmal, ähm, bei der Presseagentur nachgefragt, habt ihr uns den jetzt ungeschnitten gezeigt und da kommt geschnitten in die Kinos, nee, nee, der ist uncut ab, äh, 16. Ähm, und, ähm, wollt ihr wissen, warum der ab 16 ist? Weil die FSK gibt ja seit einiger Zeit auch diese Begründungen raus. Ich hab das mal rausgeschrieben, also rausgeholt, pass auf. Es kommt zu einer Reihe von Tötungen, die teils drastisch bebildert sind. Jugendliche ab 16 Jahren sind aufgrund ihrer Medienerfahrung in der Lage, den Film als lebensferne Horrorgeschichte zu betrachten und die Gewaltszenen entsprechend zu verarbeiten. Deutliche Überzeichnungen, satirische Brüche und ironische Dialoge über Horrorfilm-Klischees erzeugen eine emotionale Distanz zu den Geschehnissen. Eine sozialethische, desorientierende oder desensibilisierende Wirkung ist daher bei Jugendlichen ab 16 Jahren nicht zu befürchten. Bist du bescheid? Kann, kann, will das jemand noch auf Deutsch übersetzen? Weil der Film lustig ist, ist es nicht so schlimm. Genau. Ja, okay. Ist es nicht so schlimm, weil es ist ja lustig. Also ich kann es schon nachvollziehen, also vieles davon würde ich auch sagen, das stimmt schon, aber alleine von der grafischen Gewalt her, holler die Waldfee. Also ich finde den Kill in Teil 5, der ist aber brutaler als das, was ich, äh, uncut ab 18, äh, in Teil 1 gesehen habe. Und es ist doch nicht mal ein Kill, die wird doch verletzt. Man fühlt sich am Anfang des Films, äh, fühlte ich mich ähnlich wie in Top Gun Maverick kurz verarscht vom Film, weil er genau das gleiche macht, also Dialoge komplett eins zu eins übernimmt, äh, mit leichten Variationen weiterführt, aber auch da schon in der Eröffnungssequenz einen sofort wieder an Bord hat, ne? Also das muss ich jetzt mal sagen. Ja, wobei das geilste in der Eröffnungssequenz ist dieser eine so, was ist der Lieblingshorrorfilm? Der Babadook. Der Babadook. Und ja, es ist halt wirklich so dieses Spiel, ne, mit den Erwartungen, das fand ich auch ganz schön, das hat mir auch wirklich toll gefallen, ähm, ich weiß noch, ich saß in einem Kino und dachte, ja komm, die ist tot, ne, also bitte, ne, und dann so, nö, die hat überlebt. Bitte was? Okay. Wie? Hä? Das, äh, das, äh, das fand ich sehr strange. Rückblickend war es, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass eine andere Figur dafür in diesem Film stirbt, die sonst immer ordentlich auf die Fresse bekommen hat und es überlebt hat, aber dazu später mehr. Ja, ich fand die Eröffnungsszene erst sehr, sehr hart. Ich hab das gar nicht so im Kopf gehabt, dass er quasi aus der Eröffnungsszene bei den anderen Filmen, die immer gestorben sind, deswegen war das jetzt gar nicht so überraschend für mich, aber es war halt wahrscheinlich auch gewollt, dass die überlebt, weil er jetzt eigentlich dann das Ziel hatte, eben die, die Schwester anzulocken, dass die eben wieder nach Woodsboro aufkommen. Ja, und das ist so mein Problem mit, äh, einigen der sozusagen ungeraden Filme der Reihe, drei und fünf, äh, um es beim Namen oder die Kinder beim Namen zu nennen, das ist schon ein bisschen wie der Plan von Lex Luthor in Batman v Superman, da muss schon alles zusammenpassen, oder? Kurze Frage, war es wirklich so, dass er sie absichtlich nicht getötet hat? Weil, ganz ehrlich, da hätte es, das hätte man auch anders erreichen können, also der, der schlachtet die ja wirklich ab, also wenn er wirklich gewollt hätte, dass sie überlebt, dann hatte er mehr Glück als alles andere, ganz ehrlich. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte es aber auch so verstanden. Ob sie jetzt jetzt stirbt und dann sie zur Beerdigung kommt, was weiß ich. Ja, General Ortega ist halt einfach knallhart. Ja, General Ortega ist ja, also so im Nachhinein finde ich auch natürlich nochmal zu, zu deutlich mehr Standing gekommen und es ist eine, eine Wonne sie zu sehen in dem Film. Ich finde so, was so den Cast angeht, wir haben ja nun die berühmten Legacy-Charaktere, Dewey, Gale und Sydney, die wieder an Bord sind, die doch, wie ich finde, im Fall von Dewey erstaunlich viel. Im Vergleich zu den anderen beiden erschreckend bekommen die anderen beiden doch ein bisschen wenig Screentime, vor allem Sydney, was ich ein bisschen schade finde, aber sei es drum. Ähm, ja, ansonsten habe ich die Story noch gar nicht so richtig erzählt, also ich sagte ja schon, 25 Jahre ist Jubiläum, ähm, neuer Killer ist in Town, äh, die, das erste ist auf als Terror, aber die überlebt tatsächlich und ja, eine neue Clique um, äh, ihre Schwester, ähm, Sam Carpenter, gespielt von Melissa Barrera, die, äh, kehrt mit ihrem Freund Richie, äh, von Jack Craig gespielt, äh, in dieses kleine, beschauliche, von ihr aber sehr verhasste Städtchen zurück und ja, gibt die ersten Todesopfer und die Clique und da sind unter anderem auch ein, ein sehr, sehr interessantes Zwillingspärchen dabei, die müssen sich an einen ehemaligen örtlichen Sheriff, nämlich an Dewey Riley wenden, um ja, bisschen das Spiel von Ghostface zu versuchen zu verstehen und, äh, ja, ich, ich war mir nicht mehr sicher, welche Überschrift ich in meiner Kritik, äh, verwendet hatte, ich hab jetzt nochmal nachgeschaut, ich dachte, es war erst Meta, as it gets, es ist aber tatsächlich, es lebe der Meta, Slasher, weil ich finde, mehr Meta, als in dem Film geht, nicht, oder? Ja, das, das stimmt, aber ich mochte den Film trotzdem, also ich fand's auch wirklich gut, dass halt, ähm, die, sollte man alten Charaktere gar nicht so stark, ähm, präsent waren, gut, bis jetzt auf, auf Dewey, ähm, auch diese, diese, quasi, dieses Zurück zu Teil 1, ähm, und dieses, wie besiegt man hier jetzt, äh, Ghostface und du übernimmst er dann quasi auch, ähm, Dewey so ein bisschen die, das, was uns Randy gemacht hat und so die Regeln erklärt hat, was man in so einer Situation zu tun hat, wie ja auch die eine Regel ist, es ist immer der Freund. Und der hatte recht. Ja. Ja, ich fand's halt, fand's halt gut, dass halt wirklich dann so der Fokus auf eben Samantha und halt ihre, ihre Clique ist, dann hast du halt noch diese Zwillinge da, die ja quasi Nichte und Neffe von Randy sind. Ähm, fand ich halt ganz schön. Also, äh, du hast eben diese ganzen Anspringungen auf die ursprünglichen Charaktere, aber ich fand's jetzt gut gelöst und nicht so mit, also es kommt nicht so rüber, als dass es dir mit Gewalt präsentiert wird. Ja, ich muss auch sagen, also, ähm, die Metaebene ist sehr dick aufgetragen, ist sehr breit, äh, sehr groß, sehr ausladend, aber ich find's ja auch unglaublich gut. Gut, also ich hab, ich war selbst überrascht, dass es mir das gut gefallen hat, denn in der Zwischenzeit zwischen Teil 4 und 5 kamen halt so Sachen raus wie Deadpool oder so und mittlerweile ist ja alles Meta, ne, es gibt ja irgendwie keinen Blockbuster, der ohne eine Metaebene auskommt, deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst vor Scream 5, weil ich dachte, kann das funktionieren und ich finde, dass er es immer noch gut hinbekommt, meiner Meinung nach, diese Metaebene zu benutzen, denn auch Scream 5 ist, wenn man die Metaebene beiseite lässt, wirklich ein richtig schöner Slasher-Film, ähm, der auch wirklich emotional bei mir wirklich gewirkt hat, also, du hast ja schon gesagt, es gibt diese Dokumentation, you can kill David Ackett und Ghostface hat gesagt, hold my beer, ähm, das ist eine so unangenehme Szene, äh, und das bekommen sie aber auch so gut hin, weil du merkst bei dieser Szene auch, jetzt soll's halt nicht Meta sein, jetzt soll's unangenehm sein, jetzt soll's tragisch sein und das ist es auch und für mich, ähm, der halt eben diese Reihe sehr gut kennt, sie wirklich auch liebt und gerade auch die Figur von Dewey so gern hat, weil der ist halt immer der schütze Arsch, der tut halt, der tut mir immer leid, der hat, der bekommt sie immer hinten drauf, ja, und er steht dann immer und der ist immer für die Leute da und gerade er, gerade er ist dann derjenige, der halt eben stirbt und, das sei auch mal gesagt, wirklich bösartig stirbt, wirklich brutal, das ist eine unangenehme Szene, jetzt bei der, bei der erneuten Sichtung muss ich auch sagen, ich hab dann auch wirklich mal weggeguckt, weil's mir einfach zu hart war, ähm, es gibt grafisch natürlich brutalere Szenen auch in dem Teil, aber im Kontext eben, wie wichtig diese Figur für mich und auch für die Reihe ist, war das echt, echt hart. Ja, er wird ja auch so eingeführt als Figur, dass man so, schon sofort als, als Fan der Reihe, ich finde schon von Anfang an für Dewey einfach, da schlägt das Herz nochmal ein bisschen mehr, weil er so als, als komplett zurückgelassener Loser da auch irgendwie präsentiert wird, so im Trailer lebend, ne, ich weiß nicht, so ging's mir zumindest, dass so, so abgeheift hat und, und alles, während da Sidney sich davon stehlen konnte und ein doch relativ gutes Leben zu führen scheint und. Ja, vor allem, weil es ja auch irgendwie, auch ein bisschen die, die, die Realität auch ein bisschen widerspiegelt, ne, das ist halt das Schlimme, ja. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass Scream 5 ist das Star Wars 7 der Reihe. Was fangen wir denn damit an, Theresia? Sehr wenig, weil ich weiß, wie ich das jetzt interpretieren soll. Naja, es gibt ja schon vom Aufbau her und von vielen Dingen, also, dass wir auch wieder drei, äh, alte Charaktere haben, die hier auftauchen, von denen aber einer stirbt und in dem Fall ist es Dewey, bei Star Wars 7 ist es Han Solo, sprich Harrison Ford's Charakter. Kurze Frage, wenn Dewey Han Solo ist, ist dann Gail Chewbacca? Ne, Prinzessin Leia, weil das ist ja die Beziehung. Ach ja, stimmt, okay. Aber der Gag war gut, sauber ausgeführt, hat wirklich in Ordnung, auf jeden Fall. Jetzt muss ich auch endlich lachen, ich merke gerade, ich musste erst mal den Kopf und jetzt kam jetzt mal, jetzt kam das Humorzentrum, ja. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Chewbacca als Killer, das wäre geil. Das hat die am Telefon, das ist, ja. Ja, der hat einen Stimmverzehrer, der macht ja dann eine normale Stimme draus. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Bist du allein zu Hause? Ne. Ja, ich finde es immer schwierig, diese Vergleiche zu ziehen und ich mach das nicht und ich hab nicht diese, im Kopf, wo ich sieh das und sag dann, oh, ist das so wie ein Star Wars. Hab ich nicht, ich genieße einfach den Film so, wie er ist. Klar, wenn man es jetzt natürlich mit dem Auge betrachtet, mag es gewisse Parallelen haben, aber ich glaube jetzt ja, dass es irgendwie Absicht ist. Also ich weiß nicht, warum man da immer so viel hineininterpretieren muss. Ja, ich meine, ganz ehrlich, hier, Force Awakens ist ja auch so ein Legacy-Sequel oder Schieß mich tot, wie man das heißen mag und genau wie Scream 5 und das ist einfach eine Formel, glaube ich, die da auch genutzt wird. Ich meine, es ist ja auch Ghostbusters Legacy, gut, es war im Moment nur einen Film, du hast ja auch Dokumenten, auch die alten Helden dann noch zu tragen. Ja, also ich finde, wenn das ein Kritikpunkt sein soll, dann finde ich, hat der keine besonders, für mich zumindest, keine besonders große Gewichtung. Nee, und für mich macht es tatsächlich ja noch mir fast den kommenden sechsten Teil leckerer, weil ich kann jetzt im Nachhinein mit Star Wars 7 nicht mehr ganz so connecten, aber mit Star Wars 8 ist ja so wahnsinnig gut und dementsprechend wäre es cool, wenn jetzt Scream 6 da noch mehr gleich geht. Es tut mir leid, aber ich habe ja gerade die Vorstellung, nach Chewbacca als Killer habe ich jetzt Yoda als Killer, so Star Wars-Figuren, die sich ja nicht eignen würden als Killer in Scream, weil du sie sofort erkennst. Was dein Lieblings-Horror-Film ist. Genau. Ach komm, ziehen wir es durch, ich fände das irgendwie ganz cool. Also ich mag überraschend... Unsere Theorien für den dritten Teil dann, für Teil 7. Ja, komm, machen wir. Also der darf da halt nicht so ein Trainwreck werden wie Teil 9, das wäre ganz cool. Naja, egal. Wie ging es euch mit der Clique außerhalb von Terra Carpenter, also von Jenna Ortegas Charakter, mit Jack Quaid, mit Melissa Barrera? Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht so ganz die Brücke zu dieser Crew schlagen und mit denen leiden. Fand ich gut. Also ich finde das, wie bei allen Scream-Filmen, ist es funktionell. Also eine funktionelle Clique. Ich bin, ich fand es schön, Jack Quaid zu sehen, weil ich den ja in The Boys sehr mag und davor ihn auch in ein paar Filmen schon gesehen habe. Und der ist ja auch der zweite Killer. Das fand ich auch ganz, ganz nett. Und ansonsten, das sind halt keine Figuren, wo ich sage, boah, mit denen, in Anführungszeichen, mit denen möchte ich mal Zeit verbringen. Aber sind halt funktionell. Und das ist, finde ich, nichts Schlimmes. Ja, ich glaube, die Einzige, wo ich wirklich irgendwie ein bisschen vielleicht schon instinktiv eine Abnergung hatte, war eben die Amber. Ja, oh ja. Oh ja, ich verstehe es. Ähm, ja. Was sagt das für mich aus, was ich die sexy finde? Das ist komisch, wenn ich das geil finde. Also was soll ich denn dazu sagen? Nichts. Wir, wir, einfach. Ja. Ist okay. Ähm, ansonsten finde ich, ähm, also ich, ich mag heute trotzdem, ah, die, die Zwillinge schon, wo weißt du, eben nicht nur Neffe von Rain, die sind. Oh ja. Ach. Ähm, nee, es passt so. Ja. Ich finde, ich finde ja, einerseits diese Metaspielereien, äh, herrlich, richtig cool. Viele werfen dem ja so eine, so eine Smartness, so eine behauptete Smartness vor. Ich sehe das ganz anders. Ich finde den wirklich, ich finde das sehr geschickt gemacht. Ich fand's damals in der Promo sehr gut, dass sie ja gesagt hatten, das hattest du, glaube ich, auch in unserem Cast damals erwähnt, nee, das Meta-Ding schrauben wir sehr stark runter und das Gegenteil war der Fall, also sehr geschickt. Ja, da waren auch Sachen drin, also du hast ja gerade eben schon Star Wars 8 erwähnt und ich finde, da nehmen sie auch Bezug zu. Es gibt ja diese Ausschnitte aus diesen ganzen fiktiven Step-Filmen, wo der dann plötzlich mit Samurai-Schwert und so einer, so einer eisernen Maske unterwegs ist und ich weiß doch, im Vorfeld wurden dann Fotos, äh, veröffentlicht mit dieser Maske und das Internet ist steiggegangen. Was ist das? Der neue Ghostface wird ganz anders sein. Nee, er ist halt immer noch der gleiche Ghostface, sag ich mal. Und, ähm, ja, ich fand's toll. Ich muss auch sagen, ähm, ich fand's auch ganz schön, dass der Film auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Galle vergossen hat. Ja, gerade so diese, diese, diese Internetkultur. Gerade, nochmal um Star Wars 8 zu erwähnen, da wurde ja echt mehr draufgehackt als alles andere, wo man auch sagen muss, das hatte nichts mehr mit einer richtigen Besprechung zu tun, was da passiert ist mit dem Film. Und ich finde, darauf ist der Fünfte auch eingegangen. Man kann natürlich sagen, das war mir zu viel, das war mir zu unelegant, denn subtil war das nicht, gar keine Frage. Aber ich für meine Seite hatte damit eine Menge Spaß und ich hab's auch genossen. Ja, ich weiß noch, wie euphorisch ihr beide aus der damaligen Presseführung kamt und, ähm, ich glaubst, du hattest ja nochmal gesehen. Ich hab tatsächlich ihn bisher nur einmal nach dem Kinobesuch oder im Kino gesehen und das zweite Mal mir noch aufgespart für jetzt, äh, die kommende Zeit. Und wir hatten ja auch gesagt, dass wir im Vorgespräch, glaub ich, ähm, dass wir jetzt im Vorwege, wollte Therese auch nochmal den Fünften sehen. Aber ich kann mich erinnern, dass der fantastisch aussah. Also ich mochte die Ästhetik total gerne. Ich mach den vierten so von seiner Film, von seinem Film-Grain, der nicht mehr so vom Color-Grading. Ähm, das ist so mein Problem, was ich nochmal mit dem vierten habe. Und der fünfte sieht wirklich, der hat so Shots dabei, die, die richtig krass aussehen, die zum ersten Mal auch ein bisschen dafür sorgen, finde ich, dass Ghostface noch so ein bisschen stilisierter wirkt und noch so ein bisschen übermenschlicher einen Touch bekommt. Und ein Kill ist diesmal dabei, den ich so ein bisschen überflüssig finde. Und das ist, als dieser komische Anlaberer da von der, ich glaub von der Ember, wie der den einfach mal umbringt. Ach so, er hält. Das war so bis jetzt, ich dachte, ja okay, hätt ich nicht gebraucht. Diesen Freuder. Ja, genau. Ja, aber der war doch auch irgendwie verwandt mit Stu, oder? War das nicht irgendwie so? Ja. Meine ich, ja, ja, das ist, äh, ich könnte nicht verstehen, wie man Leute umbringt, die mit Stu verwandt sind, das ist aber gut. Das muss ich auch sagen, da hab ich keinerlei Toleranz. Da ist meine, also auch mein Fass hat Grenzen. Ja. Danke. Ja, aber es war auch dann überraschend, also ich hab den irgendwann nochmal auf Deutsch gesehen, das ist aber schon wieder ein paar Monate her. Ich werd ihn mir jetzt aber bestimmt auch nochmal anschauen, bevor ich in die PV gehe. ähm, fand dann auch, ähm, diese Verbindung eben zu dem ersten Teil eben, wie du gesagt hast, der Orne war dann verwandt mit, ähm, mit Stu und sie da, ähm, Sam, Samantha, ähm, hat eine Verbindung zu Billy Loomis. Ja, und hier haben wir gesagt, ich find's immer ein bisschen blöd, dass Billy Loomis immer so dargestellt wird, dass wer ist der einzige Killer. Ähm, das ist ja das Schöne, am Anfang von Screen 5, ne, da gibt's ja auch diese schöne Frage, wer hat die Morde begangen und dann so, ja, Billy Loomis, nein, das war als Du-Macher und Billy Loomis, haha, und deswegen hat, äh, Terra das auch verdient. Ich meine, ähm, tja, ich als Stu-Fan bin halt einfach ein bisschen angesäuert, dass Billy Loomis immer so als Nummer 1-Killer der Scream-Reihe gilt, das find ich ein bisschen schade, das würd ich hier mal loswerden, dankeschön. Ja, ich kann das, ich kann das auch komplett unterschreiben, weil ich das, weil ich das irgendwie, ich hab auch diesen ganzen, da weiß ich nicht, da war's dann eher nicht Meta-Kommentar, äh, dass dann so ein DH-Skeed Ulrich da dann auftaucht und ich glaub, dieses ganzen äh, Verwandtschafts, äh, Kram, das ist dann auch eher wieder eine Anspielung auf Star Wars gewesen, denn ansonsten führt der bis auf einen Moment im, 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 im Showdown führte irgendwie ins Nichts. Hm. Ich mochte es sehr, wie sie, wie sie Gale, Sidney und, und Dewey zurückgebracht haben. Mhm. War wirklich, hab, äh, kleine Tränen im Knopfhaut gehabt, als Dewey das Zeitliche gesignet hat. Hast du eine, ich bin Sidney Prescott, natürlich hab ich ja eine Weile. Äh, genau so ist das. Das war halt, also, da muss ich sagen, das hab ich, ähm, 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 ich verwundert, weil im, im Kino warst du, du hast ja den Film abgesehen, ähm, im Originalton, ähm, in dem ersten Moment, wenn, wenn sich Gale und, und Dewey wiedersehen, weil ich glaub da jetzt so die, ähm, der Sohn von, von, von der Sheriff und die Sheriff, wie heißt sie, wie sie, Sheriff Judy Hicks gestorben sind, da treffen sich und sehen sich ja, Gale und, äh, Dewey das erste Mal wieder und da kam im Kino so dieses, ähm, ja, dieses, dieses, äh, Scream-Theme, sag ich jetzt mal. Und komischerweise, als ich den Film als zweite Mal gesehen hab, kam diese, kam dieses, äh, Theme, dieser Moment viel früher. Also das, das Lied kam, also da war diese Szene dann eben zwischen, zwischen Dewey und Gale, das war, da kam keine Melodie. Hm. Haben die irgendwie geändert. Ja. Aber das, so gesagt, dieses, dieses Scream-Theme, ich weiß nicht, wie es richtig heißt und ich meine nicht Red Right Hand von Nick Cave, ich meine wirklich dieses, äh, musikalische von, ich glaub, Marco Beltrami jetzt komponiert, das ist auch so schön, also, vor allem, das klingt auch gar nicht nach Horrorfilmen, ne? Es ist halt, das kommt auch immer, wenn, in der Scream-Reihe, wenn irgendwas Schönes ist, also wenn es Wiedersehen, Wiedersehen-Szenen gibt und so. Und das, das weiß ich auch noch, da saß ich auch wirklich im Kino und hatte so ein bisschen Gänsehaut auch. Mhm. Das war wirklich ein, 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 ein schöner Moment, auch wenn sich die jetzt da am Tadel getroffen haben, aber der Moment war wirklich schön und ich hab wirklich ein Gänsehaut gehabt. Meinen wir alle dieses Gitarren-Ding? Ja, irgendwie so diese, drei, vier Töne irgendwie, ich kann's leider nicht so. Ja. Aber Gitarre, ja, das könnte es sein, ja, ja. Ja, Fun Fact, das ist ja Hans Zimmer, Operation, oder beziehungsweise Broken Arrow, da kommt das ja eigentlich her. Und ich glaube, das ist irgendwie da verwurschtet worden, das hat mich in Teil zwei damals ein bisschen rausgebracht, aber mittlerweile assoziiere ich das mit beiden Filmen zu gleichen Teilen und kann damit was anfangen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, Stimmt, Operation, Broken Arrow, ja, ja, stimmt. Ja, an den Film kann man sich wirklich an wenig erinnern, bei Scream geht man das deutlich, oder kann ich deutlich mehr erinnern als bei, bei Broken Arrow, auch wenn John Ruhl, natürlich toll ist. Was ich halt dann eben auch noch schön finde in dem Film, ist, dass das Finale, also so jetzt mal so, oder so das, ähm, das letzte Aufeinandertreffen findet auch wieder in dem Haus statt, wie eben im ersten Teil. Hm. Fand ich aber dann eine sehr schöne Anspielung. Ich weiß nicht, habt ihr auch das Gefühl, ähm, dadurch, dass wir alle drei Scream 1996 so feiern. Ist 1996, meine Freundschaft. Mein Freund sehe ich in der Südsee. Ein bisschen singen muss auch mal sein zu, zu gegebener Zeit. Ja, aber ich glaube, dass, also ich würde es für mich zum Beispiel unterschreiben, dass ich, glaube ich, bei Scream 22 sehr befangen bin, weil ich halt Scream original so, so gerne mag und der halt bei mir genau die richtigen Knöpfe drückt. Der ist ja dann ansonsten, was so Bubble und Fan, äh, Filmfan-Seiten angeht, so mittelprächtig abgefeiert worden, ne? Also, weiß nicht, ich bin da ein bisschen, bin da ein bisschen anderer Mann. Ich finde den schon sehr, sehr geil. Aber glaubt ihr das auch, dass wir so befangen sind, wegen des Originals? Und weil der die genau die gleichen, eigentlich von der Dramaturgie her genau das Gleiche macht? Ja, klar. Also, das lässt sich nicht bestreiten, aber gehört einfach auch dazu. Ich finde es auch absolut legitim, zu sagen, okay, ich habe da eine besondere Verbindung zu dieser Filmreihe oder zu diesem Film. Deswegen werde ich Scream 5, glaube ich, mit anderen Augen sehen, wie jemand, der jetzt vielleicht, vielleicht keinen, nicht so den Draht zu dieser Reihe hatte oder vielleicht noch nie einen davor gesehen hat oder so. Das ist ganz normal, glaube ich. War die Theresia auch so? Ja, sehe ich, also, wie gesagt, für die anderen mag es halt dann zu, ähm, zu offensichtlich und mit der, mit der Keule geschwungen sein, dass halt, ähm, hier hast du einen Verweis auf den Ersten und hier und da und das auch noch und so weiter. Und da, aber ich fand es heute nicht schlimm, mich hat es nicht gestört, ich fand es eher schön. Also, ich fand jetzt das, ne, ich fand es eher eine schöne Hommage an den ersten Teilen. Ja. Und deswegen war ich wirklich echt begeistert, als ich, ähm, aus damals, letztes Jahr aus dem Kinosaal raus bin. Bei mir ist das ja auch der erste Film, ne? Den, ich hab, das ist der einzige Scream-Film, den ich bisher im Kino gesehen hab. Ich auch. Ich auch. Amateure. Ja. Ich weiß. Wir, also, wenn wir zu dritt mal Killer werden, dann musst du uns auf jeden Fall guiden. Bist du unsere Guidance, du? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin froh, dass ich in Billy Loomis so doos bin. Geht es euch auch so? Bin ich so verwundert, weil er kommt jetzt am 9. März kommt der sechste Teil raus. Der jetzt auch nicht mehr, wie, der Teil 5 heißt ja durch Scream, was ich ein bisschen dumm finde, aber okay. Und jetzt kommt halt eben Scream 6. Es ist so seltsam, weil halt eben wirklich Scream 5 letztes Jahr im Januar rauskam. Und dass es so schnell geht. Ich meine, ich bin es gewohnt, dass bei erfolgreichen Filmen erst mal so zwei, drei Jahre halt wartet. Aber ein Jahr, also ich glaube wirklich, das Drehbuch war wahrscheinlich schon geschrieben mit dem fünften Teil zusammen. Möglich. Ja. Oder sie hatten auf jeden Fall eine gute Grundidee, haben vielleicht schnell angefangen und mit Skriptdoktor am Set gearbeitet. Kann man bei einem Horrorfilm, bin ich, schon mal machen. Ich habe aber irgendwo mal gelesen, dass Kevin Williams irgendwie schon, ja, also vor 4, vielleicht war ja noch was in der Hinterhand, weil sie hatten ja damals ursprünglich nach Scream 4 ja schon weitere Teile geplant gehabt, wo ja dann gescheitert sind, weil zu wenig Umsatz. Vielleicht hat man da auch auf irgendwas zurückgegriffen. Ja, ich bin, also wir können ja erstmal den Abbinder machen, dann schauen wir so ein bisschen vielleicht noch in die Zukunft. Also Schwächen, finde ich, haben wir schon ein bisschen gesagt. Stärken hat er, finde ich, sehr, sehr viele. Wenn man ein bisschen mäkeln könnte und müsste, dann wäre es vielleicht so dieses leichte, die leichte Tendenz zu sehr, sich auf den Lorbeeren des Originals aufzuruhen und es ein bisschen wenig innovativ zu machen, aber geschenkt. Oh, eine Sache, die ich auch immer noch erwähnen muss. Teil 5 hat eine meiner liebsten Scream-Szenen, was so die Meta-Kommentaren geht. Ich sage nur Schränke, wo dieser komische Typ hier, dieser Dylan Minett, der ja ziemlich widerlich dieses Messer dann in den Hals bekommt, wirklich gefühlte 20 Minuten durch die Wohnung geht und jedes Mal, denkst du jetzt, jetzt steht er gleich da, aber jedes Mal, das fand ich großartig, das habe ich gefeiert. Bei der Erstsichtung wird es auch letztens mal mehr, als ich geguckt habe. Das hat schon angefangen im Bad und man kennt das in den Horrorfilmen, wenn du halt so einen Badschrank hast, der vorne Spiegel hat und du machst halt den Schrank auf, weil du es rausnimmst und dann machst du den Schrank zu und dann erwartest du, okay, hinter dir steht der Killer und du fließt jetzt im Spiegel. Ja. Es war nix. Dann macht er die Kühlschranktür auf, dann macht er die Kellertür auf und du weißt ja aus zig Filmen, jetzt wird die Tür zugemacht und da steht jemand. Und es passiert halt echt wirklich gefühlt x-mal nix. Es war auch wirklich sehr witzig. Der Aufbau ist auch so, am Anfang ist man noch, im Kinosaal war ich zumindest sehr gebannt und mit jedem neuen Kühlschrank aufmachen, jeder neuen Tür ist man, habe ich mehr gelacht, sodass am Ende natürlich das dann doch Ghostface auftaucht, einen wieder erschreckt hat, sodass man dachte, ach scheiße, der kommt ja doch noch. Also das Spiel wird ja so weit getrieben, dass man denkt, so jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, jetzt haben sie es übertrieben, aber dann passiert halt doch noch was. Ja, ich mach's kurz, bei mir ist der in meinem Ranking der dritte Teil geworden, also der hat vier Sterne von mir bekommen und ist wirklich, ich freue mich sehr, sehr auf den Rewatch und werde den Nutzen zur Vorbereitung auf den neuen Scream 6. Wie ist es bei euch? Bei mir ist es genauso, also der ist vier Sterne und auf Platz drei oder Position drei, also eins, zwei, fünf, dann kommt vier und dann drei. Therese hat schon ganz heftig genickt. Ja, so ungefähr sehe ich es auch, so teile ich es auch ein oder heute so, es schwankt, so manchmal würde ich sagen, wir teilen sich auch den zweiten Platz, Teil zwei und Teil fünf. Cool. Dann haben wir zumindest die Schwerpunkte der Reihe schon mal besprochen, jetzt habe ich noch so ein paar Zusatzkategorien, die wir aber schnell abhaken können, hoffe ich zumindest. Ähm, Theresia, was ist deine Lieblingsszene? Aus allen Filmen? Du hast in der ganzen Reihe Kram. Ah, schwierig, aber ich würde fast wirklich, weil man die jetzt einfach nur so präsent ist, die Sandi, die wir gerade erwähnt haben, nämlich die eben hundertmal Küche am Tür auf und zu und nichts passiert. Mhm. Und vor allen Dingen, weil das ja dann wirklich so hart gebrochen wird, eben dann mit dem Bier umgebracht wird und das wirklich auch sehr, sehr heftig ist und sehr genau gezeigt wird. Stewie? Boah, ich bin am überlegen, also, also, es ist natürlich nicht kreativ, aber der allererste Kill, also Casey Becker und Steve ist natürlich schon ikonisch und immer noch richtig, richtig gut. Ich mag aber auch so viele kleine Sachen, wie zum Beispiel im zweiten Teil mit Ich bin's Ted und der läuft dann vorbei im Hintergrund oder so. Ah, es ist echt schwer. Ja, es ist wirklich schwer. Ich, es tut mir leid, aber alleine, weil sie einfach so groß ist und immer noch 20 Jahre danach immer noch so perfekt funktioniert, ist für mich die beste Szene des Opening des ersten Teils. Ich kann das voll verstehen. Ich hab mich für eine Szene aus dem zweiten Teil entschieden. Da ist Sydney mit ihrer Freundin im Polizeiauto, die Cops fahren, wollen sie in Sicherheit bringen, bring doch so einen Scheißspruch, wir können es euch verändern, müssen wir euch töten. Also auf einmal sind auch die Cops so kleine Bullis. Ja und Ghostface kommt aufs Tableau, steigt ins Auto ein, bringt einen der Cops schon mal um, fährt in eine Baustelle rein, woraufhin eine der härtesten Szenen der ganzen Reihe zu zeigen oder gezeigt wird. Da wird wirklich ein Stahlrohr durch den Kopf des anderen Cops gebohrt und Ghostface geht K.O. und Sydney versucht aus diesem Auto auszusteigen und versucht dabei aber auch noch zu, sie will endlich sehen, wer hinter der Maske ist und sie will nicht mehr weglaufen und solche Sachen. Und diese Szene ist so, so spannend bei jedem Mal, bei dem ich das sehe und hat natürlich trotzdem so ein, zwei Jumpscares noch drin. Ich sag noch Stichwort Autohupe. Die liebe ich, die liebe ich abgöttisch, die Szene. Natürlich ist Cases Szene legendär und wird auch immer legendär bleiben, aber diese Szene aus Teil 2 hat es mir richtig angetan. Was auch geil ist, im ersten Teil gibt es da auch schon diese Autoszene, wo sie in diesem Auto ist und versucht, die Schlüssel sucht und dann siehst du nur, wie der Ghostface da mit dem Messer so tick, tick, tick macht und dann diese Schlüssel da zeigt. Oh ja. Es gibt wirklich jede Menge tolle Szenen. Die von dir jetzt genannte Szene, die war für mich halt besonders, weil im Kino lief die ja nur gekürzt, also in der FSK-16-Fassung und das ist ja die kleine Gewaltspitze, sag ich mal. Ich glaub, so splarettrig war es Scream auch nie wieder, wie dieser Stahlstange und ja, im Gegensatz zum ersten Teil, wo wir wirklich gesucht haben, wo ist da jetzt bitte was mehr, war im zweiten Teil diese eine Szene schon sehr deutlich, das weiß ich noch. Ja, da ist das Randy, die Kills sind besser ausgearbeitet, mehr Blut, mehr Gegröße. Zumindest da passt es auf jeden Fall. Wobei ihre Freundin dann relativ unspektakulär rausgenommen wird. Steht ja dann an so einem Container und dann kommt Ghostface und dann zack. Ja, sowieso. Also das Ableben von Sarah Michelle Gellar ist auch, ich schmeiße dich halt vom Dach. Ja, okay. Aber der hat das Vorspiel irgendwie cool, finde ich. Also das Vorspiel finde ich schön. Das Vorspiel. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Alles gut. Ich meine, Penetrationskunst. Punkt. So, fertig. Ja, stimmt, vor allen Dingen, weil er da dann noch mit dem, doch auch noch mit dem anderen Mädel da telefoniert und die dann noch wieder geht und du denkst, okay, jetzt bringen wir zwei um und nee, es war dann doch nur die eine. Es gibt wirklich sehr viele gute Szenen. Wo wir schon bei den Szenen sind, was ist Theresa denn dein Lieblingskill? Ja, durchaus, wie jetzt vorher schon erwähnt, der Erste, weil er halt einfach diese ganze Filmreihe eröffnet, sag ich jetzt einmal. Und auch wenn sie wirklich ein Schlag in die Magengrube ist, weil es mich halt so mitreißt, ist es halt doch auch, wenn halt eben so geliebte Charaktere aus dem Spiel genommen werden, wie halt Randy und Dewey. Ja, bei mir ist es, ich hab mich auch wieder für den ersten Teil entschieden, aber für eine Szene, die so im Nachhinein vielleicht manchmal untergeht, es ist der Kill an dem Schuldirektor, den find ich irgendwie, der passt so, weil der so, gerade wenn man dann die Identität der Killer herausbekommt, dann macht das halt total Sinn, weil der Kill an sich ist so, der ist völlig überflüssig, also den braucht man überhaupt nicht, aber das natürlich noch irgendwie, der direkt drauf gehen muss, wenn Teenager am Werk sind und Highschool-Schüler am Werk sind, find ich irgendwie total sympathisch und ich mag das Gesicht, wenn der kurz bevor Ghostface zusticht, total gerne, weil er so so, ah! Und deswegen ist das mein, das ist mein Lieblingskill, gleich in Teil 1. Boah, das ist... Weil dir ist stimmungsabhängig, sagtest du schon im Vorgespräch, glaub ich, ist du, ne? Ja, äh, ich kann dir aber sagen, welchen Kill ich am, am wenigsten mag, das weiß ich, das kann, da hab ich eine ganz klare Nummer 1, äh, in Teil 3, dieser Gas-Gleck-Kill im Faxgerät, der sieht irgendwie scheiße aus und der macht für mich keinen Sinn und es passt auch nicht zu Scream, aber der Lieblingskill, boah, ähm, ich glaube, ich wähle den aller, allerersten Kill in Scream 2. Äh, wirklich, weil zum einen dieses ganze Vorgespiele ist schön und auch ganz amüsant, da stehen halt einfach mal drei Scream, also Ghostface am Pissoir, ähm, und dann bekommt der Typ dann durch die Wand, durch die Tür so dieses Messer in den Kopf und das ist ja auch etwas, was wir dann schon öfter sehen in Scream, dass gerade wenn das Messer in den Kopf geht, man nicht sofort tot ist, sondern auch so ein bisschen so umherwankt, was ja auch irgendwie ziemlich gemein ist und ich finde, es, es, es transportiert die Stimmung ganz gut, weil du hast davor geschmunzelt, vielleicht auch sogar gelacht, dann kommt der Kill, der ist an und für sich auch ganz amüsant und dann merkst du aber schnell, nee, es wird jetzt nicht mehr so lustig und dann merkst du schon, okay, jetzt wird's echt übel. Deswegen würde ich sagen, der Tod, also der Kill an Phil, gespielt von Oma Epps, den würde ich da jetzt aktuell als mein Lieblingskill sehen, aber auch nur, weil ich nicht den Casey-Becker-Kill schon wieder nennen will. Verständlich, weil er auch wirklich, es gibt wenig, äh, oder es gibt wenige Szenen, die diese, diesen Anfang toppen können, also beste Öffnungssequenz. Ja, also würdest du bei Psycho fragen, welcher Kill in Psycho ist dein Lieblingskill, ne? Das ist so. Ja, genau. Wie, es gibt mehrere. Ja, deswegen, also Lieblingsöffnungsszene können wir uns gleich sparen, da sagen wir alle Casey, also nehme ich zumindest mal an. Das, 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 äh, oder hat jemand noch einen überraschungsen Wildcard-Sieger? Nee. Gut. Nee. Prima. Wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf eure Erwartungen an Teil 6 werfen, so ein ganz kurzes Blitzlicht? Theresa, was erwartest du von, von Scream 6? Ich bin gespannt, ich warte, meine Erwartungshaltungen sind durchaus, ähm, hoch, weil ich ja wirklich jetzt vom fünften Teil so geflasht war, ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt dann mit einbetten, ähm, weil das ja in New York spielt, ähm, oder bin dann auch wieder auf die Aufsinn gespannt, welchen Beweggründen oder wer jetzt dann hier der Killer sein könnte, es, es gibt so ein paar Theorien, wo ich jetzt persönlich nicht so begeistert wäre, wenn es, wenn es dahin gehen würde, was ich jetzt aber auch nicht denke oder glaube, dass sie es so machen werden, ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle auf den sechsten Teil. Ja, ich freue mich auch, ich bin sogar überrascht, wie sehr ich mich drauf freue, ich fühle mich so, ich, also wirklich so, so wie kurz vor Weihnachten als Kind, so, ich weiß so, oh, nächste Woche, ja, es geht los, ähm, ich hoffe, also man muss ja sagen, dass Neve Campbell nicht mehr dabei ist, da gab es wohl irgendwie angeblich irgendwas von wegen der Gage, ähm, kann natürlich auch sein, dass es alles nur ein Fake ist und sie taucht dann doch noch auf als große Überraschung, ich glaube es aktuell aber eher nicht und ich finde es nicht schlimm, ich finde es sogar ganz gut, ich glaube tatsächlich, wenn Scream weiter Bestand haben soll und Teil 5 hat gezeigt, das geht auch, das kann sein, dass es, dass da noch ein Interesse da ist, wäre es glaube ich ganz gut, wenn man sich halt eben von diesen sogenannten Legacy-Figuren auch mal trennt. Deswegen habe ich eine Theorie, dass vielleicht Gale Weathers diesen Film nicht überleben wird, vielleicht sogar das erste Opfer wird, mal sehen. Ähm, ansonsten bin ich gespannt wegen der FSK 18-Freigabe, die der jetzt erhalten hat, sehr gespannt, ähm, und ich versuche, ähm, ich versuche, ähm, ich versuche, ähm, also ich, ich freue mich tierisch drauf, aber ich versuche so ein bisschen meine Vorfreude im Zaum zu halten, weil wenn er dann mir nicht gefällt, dann wäre es halt auch, wäre ich halt, glaube ich, echt sehr, sehr traurig, ähm, deswegen, ich, ich rechne mit allem, aber nach dem fünften Teil und da ja wirklich, glaube ich, wirklich jeder, der am fünften Teil gearbeitet hat, auch wieder bei Teil 6 mit dabei ist, gehe ich stark davon aus, dass Teil Teil 6 mir Minimum ganz gut gefallen wird. Hm, ich bin gespannt, was sie mit, ähm, General Ortega anstellen, die ja nun in der Zwischenzeit durch Wednesday nochmal richtig Buzz kreiert hat, also ob sie quasi schon das geahnt haben und ihre Rolle doch noch ein bisschen aktiver gestalten, als jetzt in Scream 5 und Terra noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Ich bin gespannt auf die, wie ich ehrlich sagen muss, nicht von mir unbedingt herbeigesehnte und benötigte Rückkehr von Hayden Penetier, also den, die Kirby aus Teil 4, was das werden soll. Warum, warum sind da alle so scharf drauf? Also, ich fand sie jetzt in Teil 4 jetzt nicht störend oder, oder so, aber die war auch ganz weit davon weg, weil ich sage, das ist eine der ikonischen Scream-Figuren. Das ist, sorry, da gibt's andere Figuren, wo ich sage, das wäre cool, wenn die zurückkommen würden. Ich glaube, das liegt ein bisschen an, an, an Hayden Penetier, weil die natürlich durch Heroes, ganz schön, ja, zumindest in den Staaten, glaube ich, ganz schön auf der, auf der Bildfläche war für ein paar Jahre. Ja, gut, über, wie wir ganz sagen, das ist aber auch schon lang her, gut, sie war dann noch in dieser anderen Serie, glaube ich, was ist, Nashville? Nein, ich weiß nicht. Ich habe die erste Staffel Heroes sehr gerne geguckt, das weiß ich noch, aber ich, ich habe es nie verstanden, also, wie gesagt, ich habe nichts gegen die Frau, äh, war die nicht mal mit dem Klitschko zusammen oder so? Ja, mit, äh, Wladimir Klitschko, genau. Ja, deswegen, Wladimir, tolle Frau, ähm, aber ich habe nicht verstanden, woher dieses so, oh, Hayden Penetier kommt zurück, weil, seien wir ehrlich, es kräht auch kein Haar mehr nach Hayden Penetier, also, oder? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, es ist wirklich lang her, dass ich halt viel gesehen habe, ich wusste, dass er gerade überlebt hat. Ja, das kommt noch dazu, ja. Ja, ist aber auch so ein Dios Ex Machina-Moment, also, ist zumindest so, glaube ich, dass es im Film nicht so richtig klar wird und in 5 wird es aber schon angedeutet, weil sie irgendwie da auf so einem, auf so einem Screen erscheint, irgendwie ein Bild von ihr, meine ich, oder irgendwie sowas. Ich bin ansonsten gespannt, so, es sind ein paar Namen in der Besetzung, die ich ganz interessant finde, also, der mit Mulroney, der irgendwie einen Polizisten spielen soll, dann haben wir hier den, den, ähm, den, ähm, den, äh, Boss von Ethan Hunt aus MI, äh, er ist Mission Impossible, also, Henry Czerny, den, den kenne ich sonst so aus Cartel und aus Mission Impossible 1 und der wird ja jetzt auch im siebten Teil wieder mitspielen, der spielt irgendwie einen, einen Doktor wohl und den, den Flash Thompson aus den neuen Spider-Man-Filmen, dieser Tony, wie heißt der noch, Tony Lurie oder sowas, ne? Und, äh, ja, und Samara Weaving ist auch mit dabei, die hat ja bei Radio or Not, das war ja dem, das Spielfilmdebüt der Regisseure, äh, ja, die Hauptrolle gespielt und, äh, die ist jetzt auch mit dabei und ich bin halt gespannt, äh, weil ich hab von der noch gar nicht so richtig gesehen und es ist ja auch immer die Frage, was ist der erste Kill, ne? Was ist das Opening? Und, äh, ich, ich, ich habe gehört, es gibt jetzt die Vermutung, dass es vielleicht, ähm, halt, wie gesagt, Jenna Ortega ist, glaub ich aber nicht dran, das, das wird nicht passieren, äh, ich glaube tatsächlich, es könnte Samara Weaving sein oder halt eben wirklich, ähm, Gale und es ist halt Scream, das heißt, du weißt, die erste Figur, die du siehst und die ein Telefon in der Hand hat, sorry, ne? Dann wird die, ja, das stimmt wirklich, also, ich hab halt, es sind halt so die absurden Ideen, wo ich dann hatte, weil ich, ja, was sag ich, wo jetzt nett ist, jetzt dann irgendwann nach, ähm, nachdem sie jetzt fünf Filme überlebt haben, irgendjemand jetzt so wie eben Courtney Cox oder Nave Campbell quasi jetzt durchdreht und sagt, okay, jetzt zieh ich mir die Maske an, auf das hätt ich jetzt einfach wirklich überhaupt keine Lust. Oh, am Ende kommt raus, Nave Campbell, also Sid and Prescott ist der Killer. Ja, das hab ich jetzt vorher gehabt, so als Überraschung, wo du gesagt hast, dass Nave Campbell nicht vorgesehen ist, aber okay, hoffentlich ist die jetzt nicht der Killer. Hm. Ja, ich, ich würde ja nach immer gerne an einen PR-Stunt glauben, so à la Marvel, die da in Trailern sogar falsche Sachen zeigen, aber so offensiv, wie, wie sie gesagt hat, es liegt einem in der Bezahlung. Hm. Also wenn das nicht dann irgendwie der Gag sein soll, dass sie doch im Film ist und dann tatsächlich der Killer ist, der vielleicht sogar mal überlebt und, äh, der Reveal ist, ich will endlich meine Moneten sehen. Ja. Ähm, hätte irgendwie was. Fun Fact übrigens, ich glaub, bei Hayden Penetier ist, ich glaub, die hat zwischendurch ein Kind mit Wladimir Klitschko bekommen, dann war die, glaub ich, gesundheitlich etwas angeschlagen und ich glaub, die hat seit mehreren Jahren auch gar nichts mehr gedreht, weil auch Stu fragte, wer kräht nach ihr. Ich glaub, die hat wirklich ganz, ganz überschaubar in den letzten fünf, sechs Jahren gearbeitet. Also nicht, dass, kein Vorwurf, sondern eher so, dass es auch, ich meine gelesen zu haben, dass es ihre erste Rolle seit ein paar Jahren ist. Ja. Ich bin spannend. Hätte sie natürlich, wäre das natürlich auch eine mögliche Kandidatin für den ersten Kill, wobei nach Scream 5 ist es ja auch wieder so, ne, der erste Kill muss nicht unbedingt der erste Kill sein. Ja, stimmt auch wieder. Nichts ist mir sicher heutzutage, schlimm. So ist es. Man kann sich auch bei Horrorfilmen auf nichts mehr verlassen, ne. Ja, ne, schlimm. Auf, 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 kein, kein Regelwerk. Ja. Ja. Ich glaub, wir sind aber sicher, dass wir alle drei ins Kino gehen und dass ihr diese Folge sehr, sehr lieben werdet und sehr, sehr toll finden werdet. Wenn dem nicht so ist, dann gebt uns gerne Feedback über unsere Social Media Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook, wie dieser ganze neumodische Kram heißt. Schreibt uns da einfach. MySpace, Tinder, das funktioniert doch so, da kann man doch einfach auch eine Seite von so einem Podcast reinstellen, oder? Korrigiert mich, wenn's falsch ist. Und ansonsten geht ihr einfach auf unsere Homepage und schreibt uns da ein nettes kleines Briefchen. Ich glaub, E-Mails kann man auch schreiben. Diese elektronischen Post-Sendungen, wie ihr sie kennt. Meine Lieben, ich sag erstmal vielen, vielen Dank für diesen Abriss der Scream-Reihe. Das hat sehr, sehr, also mir zumindest hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. An dieser Pause solltet ihr sagen, mir auch. Bitte jetzt nochmal. War okay. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Es war trotz der Zeit durchaus sehr kurzweilig. Das ist schön. Ja, abonniert uns, liebt uns, liked uns. Warum ist du dein Einsatz? Weil wir sonst sehr einsam sind. Nee, weil wir es verdient haben, natürlich. Selbstverständlich. Wir wünschen euch viel Spaß beim Rewatch der Scream-Reihe. Viel Spaß im Kino bei Teil 6. Sollen wir uns zur Besprechung schon jetzt verabschieden? Ich glaub, wir hören uns wieder bei der Besprechung von Teil 6. Ja, kurz vielleicht noch ein Reminder. Die Besprechung kommt wahrscheinlich erst am Starttag oder darauf am 10. März raus. Also haltet die Augen, Ausschau, wir werden es dann hochladen. Ich kann kein Englisch, deswegen gehe ich nicht in die Presseverfügung. Wie immer, gebührt an dieser Stelle nicht mehr als mehr schlechten als rechten Moderator, der Sidney Campbell und Sidney Prescott nicht auseinanderhalten konnten. Gebührt nicht das letzte Wort, sondern das vorletzte Wort gehört dem Stu. Das letzte Wort gehört der Theresia. Ich sag, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, wie die Podcasts heutzutage sind. Ja, was ist mein Lieblingshorrorfilm? Scream ist einer davon. Das hab ich jetzt, glaub ich, hier in diesen sehr kurzweiligen zweieinhalb Stunden klargemacht. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke dem Timo für die wunderbare und, wenn ich das sagen darf, sexuell durchaus aufgeheizte Moderation. Das ist auch Dagan Theresia. Und ich freu mich wie Arsch und Bolle, nee, das ist falsch, wie Arsch auf Bolle ist jetzt auch kein, egal, ist es spät, sei es drum. Ich freu mich auf Scream 6, ich freu mich auch auf die Besprechung dazu. Hört da gerne wieder rein. Und ansonsten, ich hab euch lieb und macht's gut. Ja, ich kann mich nur meinen Vorreden anschließen. Ich bedanke mich auch für, dass ihr hoffentlich dran geblieben seid bei unserem Podcast, dass ihr genauso viel Spaß an dieser Reihe habt wie wir. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und hoffe, wir hören uns wieder zur Besprechung von Teil 6. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.